Hey meine lieben Adina, jetzt sind wir in der nächsten Folge von My Little Roundtable und mit dem Thema AI und die Gewohnheit des Menschen. Die AI ist überall drin und wir sprechen heute mit vier Experten über dieses Thema, was es mit uns macht, was bringt uns die Zukunft. Nimmt es uns tatsächlich die Jobs weg? Ist es so, dass es eine Gefahr für uns ist oder sein kann, werden kann? Brauchen wir mehr Gesetze, mehr Regulierungen? Was ist der heilige Graal? Gibt es einen? Und damit sprechen wir auch mit unseren Gästen und die würde ich gerne euch ganz kurz vorstellen. Das ist ein Martin Becker. Er ist ein Mentor für Klarheit und Gelassenheit durch digitale Alltagsorganisationen und sorgt dafür für ein besseres Verständnis im Alltag, gerade wenn es um die Organisation an sich geht bei der Arbeit. Und er zeigt dir, welche Ressourcen für Visionen du nutzen kannst. Wie das Ganze vonstatten geht, kann er dir natürlich individuell erzählen. Die Psychologin Josephine Flentje ist mit dabei. Sie ist auch Head of Modern gedacht, weil gesunde Wirtschaft gesunde Menschen braucht, wie mentale Gesundheit für morgen auch in dem Unternehmen von dir aussehen kann oder auch in der Schule funktionieren kann. Dirk Molzen ist auch mit dabei und er ist Experte für Datenschutz. Er ist ein Datenschutzpartner und gemeinsam für die Komplexität oder in der Komplexität der Digi's GVO kannst du das natürlich auch leicht meistern. Ja, also von daher erbringen wir jetzt die trockene Komponente mit rein. Das haben wir auch innerhalb dieser Runde auch mal besprochen oder angesiedelt. Dass er tatsächlich wirklich diese Knochen trockene Runde mit reinbringt. Aber sie ist relevant. Sie kann uns auch aufzeigen, wo wir vielleicht uns wiederfinden. Und als letztes haben wir den Detlef M. Kogus mit dabei. Er ist ehemaliger Chefredakteur von TV Berlin. Er ist ehemaliger Sat.1 Anchorman, Newsmagazin, Diplomjournalist und einiges mehr. Er ist aber auch der Gründer, zumindest der Mitbegründer von Maharaj. Also wirklich sehr charismatischer Kerl. Ich muss jetzt sagen, ich bin froh, dass alle mit dabei sind. Martin, Josephine, Dirk und Detlef sind mit dabei. Da bin ich mega happy und wünsche euch eine gute, gute Runde. Denn es gibt tolle Einblicke, tolle Perspektivenwechsel, Visionen in die Zukunft, die tatsächlich Sinn machen. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet, was du davon hältst. Kommentiere natürlich gerne mit und lass uns ein Abo da. Oder eben halt auch folge uns bei Spotify, je nachdem, wo du es schaust. Ich wünsche dir jetzt aber erstmal viel Spaß. Liebe Josephine, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, hier zu sein. Ich bin froh, dass du da bist, denn das war ja auch sehr kurz und knapp, wo wir noch drüber gesprochen haben, dass du dazu kommst. Du bist Psychologin und bringst einfach heute mal einen Aspekt rein, ein Thema AI und menschliche Gewohnheiten, die sehr, sehr relevant sind, weil die Zeit dreht sich sehr, sehr schnell in Bezug auf AI. Informationen auch zu differenzieren und einfach mal den menschlichen Aspekt dazuzunehmen in Bezug auf AI ist relevant. Wie betrachtest du das Thema AI an sich in wirtschaftlicher Hinsicht sowie auch in menschlicher Hinsicht? Ja, erstmal Patrick, herzlichen Dank für die Einladung. Auch wenn es kurzfristig war, ich bin total gefreut. Ja, wenn wir direkt mal einsteigen. Also im ersten Punkt, wirtschaftlicher Hinsicht, glaube ich, hat einen wahnsinnig hohen Nutzen für uns und auch einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Denn über AI dreht sich eben die ganze Welt viel, viel schneller und wir können es uns so zunutze machen, viel schneller auch die Technik und die Wirtschaft voranzubringen. Das heißt, vor dem Hintergrund gibt es erstmal wahnsinnig viele Chancen. Was natürlich gleichzeitig immer damit verknüpft ist, ist, dass wenn sich etwas unabhängig von unserem menschlichen Wesen vielleicht schneller dreht als uns oder als wir erstmal hinterherkommen können, dann entsteht ganz schnell ein Gefühl von Unbehagen, von, ja, im Endeffekt Angst, die wir erstmal gar nicht richtig einordnen können. Und das macht natürlich, ja, ein wahnsinnig großes Gefühl von, ich weiß gerade nicht, wie ich das Ganze einordnen soll und was passiert. Und ich betrachte das Ganze im Moment so oder beobachte es im Moment so, dass gerade im Wirtschaftskontext die Mitarbeiter ganz häufig sehr zielgesprachend sind. Also die einen sehen das als wahnsinnig große Chance und Potenzial und mögen damit gerne weiter forschen, umgehen und arbeiten. Und die anderen beginnen eigentlich eher in ihrem Verhalten, ja, so destruktiv zu werden, zurückzugehen und zu sagen, hm, ich bleibe lieber bei meinen alten Gewohnheiten. Und ich glaube, die Herausforderung, die wir gerade haben, ist, das Ganze zusammenzuführen. Sowohl wahrzunehmen, dass es Menschen gibt, die gerade noch sehr, sehr starke Schwierigkeiten haben, Zugang dazu zu finden. Und dass es eben Menschen gibt, die total Bock auf das Thema haben, die es weiterentwickeln wollen und die da eben nicht mit so einer großen Angst vor sind. Und das, was ja im menschlichen Verhalten erstmal total normal ist, ist, wenn etwas unbekannt ist oder, ja, ich etwas erstmal gar nicht greifen kann, dann entwickle ich eine gewisse Emotion, wie zum Beispiel Angst oder Unbehagen, wo ich erstmal nicht weiß, okay, wie soll ich denn überhaupt damit umgehen. Vor allen Dingen erstmal diese Gedanken und diese Gefühle zu begreifen und für mich einzuordnen und dann eben damit einen Umgang zu finden. Und das ist ja etwas, was Menschen im Allgemeinen erstmal sowieso schon als schwierig empfinden und dann erst recht im wirtschaftlichen Kontext, wo ich natürlich auch eine finanzielle Abkennung habe. Also ich habe ja auch ein gewisses Grundbedürfnis, einen Job zu erfüllen, den ich vielleicht auch schon einige Jahre gemacht habe, wo ich für mich natürlich auch, ja, teilweise existenzielle Ängste entwickeln kann, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich komme da in der Wirtschaft zum Beispiel nicht mehr richtig hinterher, weil mein Job sich eben so wandelt, dass ich ihn für mich gar nicht greifen kann. Mein Name ist Josefin Klentier, ich bin Psychologin aus dem Gefährt und durfte bei Patrick in meinem Video Raumtable zu Gast sein. In dieser Folge haben wir über AI versus menschliche Gewohnheiten gesprochen. Und du solltest dir diese Folge unbedingt ansehen, da zum einen diese Thematik für uns alle, zu einer dem je ist, und wir dir in dieser Folge verschiedene berufliche Einbegänge in die Thematik ermöglichen. Dies wird dir im Anschluss die Belegenheit geben, AI und menschliche Gewohnheiten in einen neuen Meta-Ignen zu betrachten und für dich ganz persönlich neu zum Bewerben. Viel Spaß! Sehr spannend, sehr differenziert. Dankeschön dafür. Detlef, was ist deine Sicht dazu? Ja, die Josefin spricht ja einen guten Punkt an mit Gefühlen und Angst, die es auslöst, wenn etwas Unbekanntes da ist. Das ist ein bisschen den Fokus darauf gelegt, was negativ ist, was zumindest als Bedrohung oder als Angriff auf mich, auf meine Existenz wahrgenommen werden kann, aber nicht muss zwingend, weil es gibt ja auch ein anderes Konzept, also es ist ja eine Frage von, bin ich eher pessimistisch oder eher optimistisch. Und wenn ich optimistisch bin, dann sage ich, da sind ja unglaubliche Chancen drin, die gucke ich mir erst mal an. Und diese beiden Lager gibt es ja nur, die treffen dann oftmals aufeinander und dann kann man in seiner eigenen Bubble schweben und sich wohlfühlen oder nicht. Die meisten Menschen verwechseln ja Emotionen mit sich selbst, das heißt, sie identifizieren ihre Emotionen mit sich selbst. Das bedeutet, dass sie denken, ich fühle mich schlecht und ich bin damit schlecht oder ich bin bedroht, weil sie nicht gelernt haben, tatsächlich auch mal in sich hineinzuhören. Die Physiose Josephine weiß das, um zu beobachten, was passiert da gerade, weil wir solche Muster, solche Konditionierungen im Kopf haben, die ganz oft bedeuten, du reagierst sehr schnell, du gehst in den kognitiven Nebel, du gehst in Angriff, Flucht oder Todstellen. Und das passiert natürlich auch bei AI ganz schnell, wenn das Thema hochkommt, weil es ja diesen Dreiklang gibt zwischen Lebenswert, Selbstwert und Wissenswert, der durch AI möglicherweise bedroht wird oder angegriffen wird, weil wir feststellen, dass dort eine Technologie kommt, die in unglaublicher Geschwindigkeit das löst, was wir vielleicht in jahrelanger Aufbauarbeit selber erst gemacht haben. Jetzt muss ich erst mal umschalten und sagen, kann ich das nutzen oder entwertet das mein Leben? Entwertet das mein Selbstwert? Entwertet das mein Wissenswert? Und darüber sprechen wir bestimmt noch mal vertieft heute, aber ich glaube, das ist im Kern das, worum es geht bei der künstlichen Intelligenz. Und wir dürfen uns klar machen, dass das zunächst mal, und die Botschaft möchte ich gerne heute loswerden, nichts mit einem Lebenswert, nichts mit einem Selbstwert, vielleicht mit einem Wissenswert zu tun hat. Und das zu unterscheiden, ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Hallo, mein Name ist Detlef Korus, Charisma-Mentor in der Vollmacht, Autor des Buches Das Urlaubsgespenst. Nebenbei Mitgründer von Macherreich.de und Diplom-Journalist. Das bedeutet ja an sich ja auch, dass man mehr in die Selbstverantwortung gehen darf, in Bezug auf das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ich meine, Wissenswert, Lebenswert, und das andere ist halt ein Punkt, wo man sagt, okay, wie würde ich damit umgehen? Also die Entscheidung zu treffen, wie an sich will ich mein Leben gestalten? Weil AI ist jetzt nicht mehr wegzudenken, das gehört halt mit dazu. Und bitte die Wirtschaft ja auch nochmal ankurbeln oder anders beeinflussen, mein Leben vielleicht auch beeinflussen, für die Redaktion beeinflussen. Und dann muss man einfach schauen, oder darf man schauen, wie man sich damit aufstellen will. Super, dankeschön, schön differenziert. Martin, wie siehst du das? Ja, ich habe gemerkt, dass in meinem Bereich oder im Bereich von Programmierern und Grafikern, die sind ja viel sanfter an das ganze Thema herangeführt worden, weil sie schon so ähnliche Tools hatten und sich die Tools einfach weiterentwickelt haben. Und ich habe in dem Bereich auch sehr gemerkt, dass die Angst vor dieser Veränderung sehr schnell umgekippt ist in eine Motivation. Ich muss das jetzt einfach auch lernen. Dann bin ich der Grafiker, der das auch kann. Dann bin ich der Programmierer, der schneller ist als die anderen. Die haben das viel schneller als eine Verstärkung ihrer Fähigkeiten gesehen, als eine Bedrohung. Und ich hoffe, dass man das irgendwie in den anderen Bereichen auch so reinbringen kann, indem man einfach nachbildet, was das alles kann und die Angst dadurch nimmt, durch mehr Kenntnis über das Potenzial dahinter. Wie viel mir das mühsame Arbeit ersparen kann. Sachen, die ich gewohnt bin, einfach zu machen, weil man sie einfach macht, muss ich jetzt nicht mehr schreiben, muss ich jetzt nicht mehr mühsam erstellen. Hallo, ich bin Martin Becker. Ich vereinfache Alltagsorganisationen digital durch maßgeschneiderte Einrichtung von Apps, Verstellung von Tools und Training für stressfreie Produktivität. Mit digitaler Übersicht Gedanken sortieren, Prioritäten setzen und in Daten umwandeln. Durch einfache Klarheit mehr mentale Effizienz und Gelassenheit im Leben und im Business. Natürlich auch mit KI-Unterstützung, daher bin ich bei diesem Thema positiv gestimmt. Es ist ja auch spannend zu sehen, dass Menschen Chat-GPT nutzen und gar nicht hinterfragen. Zum Beispiel, also Chat-GPT ist ja nur eine von tausenden wahrscheinlich mittlerweile, wo man sagt, okay, ja, das hat mir jetzt einen Artikel geschrieben für LinkedIn und fertig. Raus damit. Mittlerweile wissen wir ja auch, dass LinkedIn diese Sachen, also ist das abstraft oder bestraft, aber mindert vom Wert her oder vom Einfluss her. Finde ich auch sehr spannend. Viele, ich muss sagen, selbst ein Immobilieninvestor, den ich kenne, der sagte, ja, Chat-GPT ist gar nicht so gut. So, okay, was hast du denn geschrieben? Ja, ich habe geschrieben, hey, Chat-GPT, ich bin ein Immobilieninvestor, wie kann ich mein Unternehmen aufwerten? Wenn ich denke, okay, sehr nicht differenziert, die Frage, also die Frage ist immer halt, wie benutzen wir das Ganze? Ja, also auf Thema Eigenverantwortung finde ich interessant in dem Kontext. Danke dir, Martin. Dirk, wie siehst du das? Du bist ja im Bereich Datenschutz unterwegs. Wie betrachtest du das? Ja, also ich habe mich gerade eine ganze Zeit lang mit diesem AI-Act beschäftigt. Also der wird jetzt im Mai, glaube ich, ratifiziert und darüber habe ich auch mehrere Beiträge geschrieben. Das ist natürlich ein sehr trockenes Thema, aber mir ging es halt auch darum, wie gehen wir damit um? Also wie begegnen wir als Menschen seit dieser Entwicklung und gibt es überhaupt Regularien dafür? Natürlich muss ich mir die Frage rein beruflich stellen, also wie gehen wir zum Beispiel mit personenbezogenen Daten und AI rum? Aber es geht halt auch weiter. Also nicht jeder benutzt AI, sag ich mal, für etwas Positives. Also wir können es für sehr viele positive Sachen nutzen, tue ich auch selber. Also ich beschäftige mich natürlich auch damit. Aber es ist halt auch die Frage, inwieweit kann das Ganze so aufgestellt werden, dass wir es sinnvoll nutzen und dass es rechtlich auch getragen werden kann. Wo kann ich Regularien überhaupt einführen und wo begrenzt man sich als Menschheit auch dadurch? Also das sind ja zwei Themenbereiche, die auch mit Gewohnheiten zu tun haben. Sicherlich müssen wir uns komplett anders aufstellen und wir müssen lernen, damit umzugehen. Aber wenn ich mal zurückdenke, also ich wäre schon ein Semester älter, also ich hatte kein Smartphone als Jugendlicher oder als junger Erwachsener. Und ich hatte auch kein Internet und daran haben wir uns auch gewöhnt oder damit haben wir auch gelernt, umzugehen. Und jetzt ist es KI, also das ist ungefähr, ich würde es echt vergleichen mit der Einführung des Internets. Also ungefähr so ein Meilstein wird uns jetzt auch begegnen und wir müssen lernen, damit umzugehen und die richtigen Werkzeuge zu benutzen. Ich bin Dirk Molzen und als zertifizierter Datenschutzbeauftragter selbstständig tätig. Meine Kunden sind solo-selbstständige Freelancer und Unternehmen und deshalb muss ich mich auch mit dem Thema KI und ihrer geplanten Regulierung durch die EU beschäftigen. Ja, spannend. Also gerade wo du sagst, du bist nicht mit Nintendo groß geworden oder Smartphones groß geworden. Ich bin jetzt auch ein erfahrenes Semester, vielleicht nicht so wie Detlef von Dirk vielleicht, aber mein Internet kam vielleicht mit, ich glaube 15, 16 so um den Dreh, also erst. Und wo du das so gerade sagst, was ich spannend finde, das Thema des Internets hat natürlich die Welt revolutioniert komplett verändert. Was ich noch spannender finde ist, die AI hat ja nicht dasselbe Tempo wie damals das Internet. Also die AI ist da und rauscht jetzt schon in Lichtgeschwindigkeit überall durch. Das finde ich halt spannend und das ist halt die Frage, okay, wer kommt denn da noch mit? Ja, psychologisch gesehen, also Josephine, also wie herausfordernd kann das, ich sage mal, für die breite Masse einfach sein, die ja nicht viel mitbekommen, weil die AI ist ja jetzt schon überall drin, auch schon nicht seit gestern oder nicht seit ChatGPT. Es ist ja schon seit Jahrzehnten da, nur jetzt ist es wesentlich ausgereifter und schneller. Aber kann es sein, dass die Menschen jetzt noch mehr überfordert werden oder liegt es jetzt in der Verantwortung, in die Bildung zu gehen in dem Bereich? Also ja, ich fand es auch gerade einen spannenden Punkt von Dirk, den Vergleich zu dem Internet zu stellen, wo natürlich auch am Anfang erst alle gesagt haben, Hilfe oder Mensch, das mit dem Internet ist nur eine Modeerscheinung. Gut, heute abarbeiten wir eigentlich alle damit. Ich glaube tatsächlich, dass es gewisse Astrakte gibt und da zählt das Internet zu, da zählt heute AI zu, mit denen wir einfach konfrontiert werden und vor allen Dingen mit denen wir auch größtenteils erstmal unbewusst konfrontiert werden. Ja, also wir hatten es schon zum Thema Artikel, sind die jetzt von jemandem wirklich als Menschen geschrieben oder sind die vielleicht doch digital kreiert und dann nur ein bisschen abgewandelt worden? Also ich glaube, diese Frage, Mensch, kann ich mich darauf jetzt einlassen oder kann ich es nicht, ist etwas, was am Ende des Tages gar nicht so eine große Frage ist. Die viel größere Frage ist, was für einen Umgang finde ich dann? Weil ich glaube, so rasant, wie das alles gerade nach oben schießt, war das eben schon das Tempo angesprochen. Das Internet kam langsam und jetzt AI im Vergleich geht ja rasant. Und ich glaube, in den nächsten 10, 20 Jahren werden wir dann noch mit Themen konfrontiert, die noch mal ein ganz anderes Tempo drauf haben. Und dadurch wird es natürlich automatisch mehr und mehr in unseren Alltag integriert. Also ich glaube, wir werden einfach einen Standard entwickeln, wo das Ganze immer mehr in unserem Alltag drin ist. Ja, wo wir uns natürlich auch gab, kurz rechtliche Gedanken drum machen. Mensch, muss ich mir jetzt Sorgen machen, wenn ich hier mit einer Freundin irgendwie über etwas rede und auf einmal mache ich mein Handy auf und die passenden Bewerbungen sind mir angezeigt. Also das ist, finde ich, ist ja so ein Paradebeispiel dafür, wir haben schon gar nicht mehr die Kontrolle. Aber wir müssen eben versuchen, die goldene Mitte zu finden. Zu schauen, dass ich in meiner Selbstwirksamkeit zum Beispiel nicht das Gefühl habe, ich werde völlig überfahren und alles im Außen passiert. Und ich bin irgendwie nur noch so ein Marionett-Hilm-System. Sondern ich habe für mich ein Bewusstsein, damit umzugehen. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen das Thema, was wir jetzt wirklich bestärken dürfen. Dass die Menschen für sich merken, okay, das ist die Entwicklung und sie sind damit konfrontiert. Und das kann ja auch eine Chance sein, zu sagen, okay, ich bin sowieso tagtäglich damit konfrontiert. Mensch, dann gucke ich selber mal rein, wie ich das Ganze dann auch für mich nutze. Das ist spannend. Detlef, da komme ich jetzt gerade von Josephine zu dir. Wissenswert kommt mir da gerade hoch. Wissenswert ist das ein von drei Punkten, der für dich wichtig ist. Ja, wir dürfen einen neuen Standard finden. Wir dürfen uns integrieren. Wir dürfen das ins Leben mit reinbringen und damit aber wirklich leben. Inwieweit ist der Aspekt des Wissenswertes hier jetzt wirklich relevant und ausschlaggebend dafür, dass wir damit besser klarkommen, also mit AI? Weil AI ist ja kein Problem aktuell. Ja gut, die Frage geht ja in die Richtung, ist mein Wissen entwertet durch AI oder wird es plötzlich, wächst es exponentiell, also wächst es dramatisch viel schneller, weil ich AI nutzen kann. Also um ein Beispiel zu geben, du willst eine Präsentation machen lassen und brauchst eine Grundstruktur, schmeißt es bei ChatGPT rein oder bei einer anderen KI oder auch bei Google entsprechend rein. Du kriegst heute schon durch die Auswertung von großen Datenpools, die die KI viel schneller kann als das menschliche Gehirn und auch der Mensch, sofort einen Lösungsvorschlag, der dir hilft, es zu strukturieren. Das ist natürlich der Punkt, deswegen gehen viele auch sehr naiv mit der KI und im Sinne von das, was die da liefert, ist im Grunde genommen ja ein Dialog und eine Annahme, die auch lernt durch die Eingaben, die du, Stichwort Prompt, ja auch da reingibst bei der KI. Das heißt, die Frage ist, sprechen wir die Sprache der KI und welche Art von Sprache versteht die KI? Und die lernt ja auch dadurch, dass menschliche Interaktion stattfindet und eine menschliche Reaktion oder Aktion überhaupt mal passiert. Das heißt, wenn ich mir überlege, was heute schon möglich ist, dann kann ich auch sagen, das Wissen, das ich mir aneignen, der Wissenswert, den ich durch KI gewinne, ist so wahnsinnig gestiegen, dass ich sage, wow, ich muss gar nicht alles studiert haben. Also ich habe mal Journalistik studiert, fünf Jahre lang und habe eine Diplomarbeit geschrieben und habe 60, 66 Jurymitglieder von Journalistenpreisen gefragt, was ihre Qualitätskriterien sind, um überhaupt mal journalistische Qualität begründen zu können. Das macht heute die KI möglicherweise viel schneller, weil sie in Datenquellen reingehen kann. Da habe ich früher Wochen, wenn nicht Monate gebraucht, um an dieses Wissen zu gelangen und andere Menschen zu fragen. Heute steht die Welt uns buchstäblich offen und das finde ich einfach faszinierend. Das heißt, die Technik ist längst vorhanden. Sie ist nur noch nicht in allen Köpfen da im Sinne von anerkenne doch, dass da Dinge möglich sind, was nicht heißt. Und das hat der Dirk ja sehr schön angesprochen, dass es da nicht Gefahren gibt und vielleicht auch der Regulierung bedarf. Und das passiert ja international auch inzwischen. Das passiert in Amerika, es gibt diesen Act entsprechend und es gibt die Staaten, die sich plötzlich Gedanken machen. Und ich glaube, wir haben in diesem Land vielleicht anderswo auf der Welt zu kombinieren in einer Art und Weise, dass da wirklich ein großer Wissenswert entstehen kann, den wir heute schon nutzen können auf eine ganz andere Art und Weise. Also der Appell wäre tatsächlich zu sagen, okay, anerkennend zunächst mal, dass dein Wissenswert nicht dadurch definiert wird, dass es plötzlich mehr Leistung gibt, mehr Maschinenleistung. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und dann können wir nochmal über die Frage von Selbstwert reden oder Selbstbeweis, den du dir gibst und Lebensbeweis, den du dir gibst, wie du sowas nutzen kannst, um auf dein Lebenswerk einzuzahlen. Das sind aber ganz andere Fragen. Ja, spannend. Ich weiß, wo du es gerade jetzt, jetzt kommen wir eine Sache hoch, ist nämlich auch, Deutschland stand ja mal für sehr hohe Qualität. Also, ja, steht es irgendwo immer noch so ein bisschen, aber es ist sehr, sehr stark am Mankeln und so, oder am Wackeln. Jetzt mache ich mal einen ganz schrägen Vergleich. Der Browser Bing war ja irgendwo schon abgeschrieben, oder? Also irgendwo für mich war das so, naja, ne, nutze ich nicht, auf gar keinen Fall. Warum auch immer, da war eine starke Aversion gegeben, was ich für das Bing und Microsoft war, aber auf jeden Fall weniger haben das genutzt, die meisten nutzen Google. So, und jetzt hat Bing einfach mal mit den integrierten Chat-GPT, was auch immer da noch alles mit drin ist, aufgeholt, mit einem Schlag, mit einem Rutsch und mehrere hundert Millionen Menschen sind draufgegangen. Können wir, also Deutschland, durch AI auch wieder an den Punkt kommen, dass die Welt uns wieder noch qualitativer sieht, noch besser? Ich meine, der Vergleich hinkt natürlich jetzt ein bisschen, weil alle anderen Länder können das Gleiche machen. Ja, also ihr könnt gerne antworten, wer auch immer möchte. Ich fange eins noch mal an. Ich bin hier auf dem Punkt gerade zum Thema Wissen und Bildung gekommen. Ich glaube, das, was wir noch mit integrieren dürfen, ist vor allen Dingen der Punkt, viel früher anzusetzen, wie definieren wir denn Bildung? Denn ich fand den Vergleich so schön mit der Diplomarbeit, die man dann selber geschrieben hat, wo man die Quellen rausgesucht hat, wo man wirklich viel, viel, viel noch ins Detail gehen durfte, was ich auch heute bei jungen Nachwuchskräften erlebe, ist, dass sie sagen, ja, wieso? Das kann ich doch alles schreiben lassen. Das geht doch ganz, ganz schnell. So, das heißt, zu gucken, was ist denn überhaupt mittlerweile Bildung? Also wie definiere ich Bildung? Muss ich eine möglichst schöne Formulierung haben, die klar ausgeschlüsselt ist? Muss ich lernen, da in verschiedenen Strukturen zu denken, mir selber Wissen anzueignen? Oder was ist denn heute Bildung? Ist Bildung heute vielleicht eher auf der Metaebene zu betrachten, zu sagen, ich bin immer noch Herr, Herrin von ChatGPT zum Beispiel, aber es geht nicht mehr darum, wie kann ich jetzt möglichst klar formulieren und aufschlüsseln, sondern wie kann ich vielleicht die Informationen noch klarer und noch besser zusammenführen, um sie dann anhand dieser Technik zum Beispiel in eine Diplomarbeit schreiben zu lassen. Das heißt, wie machen wir Bildung messbar? Und zwar schon in der Schule, schon im Studium oder dann eben auch in der Ausbildung. Also was bedeutet denn Bildung für uns? Was bedeutet Wissen und wie darf ich das Ganze anwenden? Das heißt, wie wird es am Ende auch messbar für zum Beispiel deinen Arbeitgeber hinterher? Okay, diese Talente sollten vorher schon gegeben sein, die darfst du mitbringen und die können wir eben durch Digitalisierung vielleicht abwarten. Ja, spannend, spannend. Also Lernen an sich wäre sowieso interessant. Ich hatte vor meinen, ich hatte letztens den Elternabend gehabt von meinem großen Sohn und da fragte ich die Lehrerin eben halt, wie sieht das übrigens aus mit ChatGPT und Lernthema Hausaufgaben und mit Tests, die ihr schreibt? Ja, was wollen Sie wissen? Ich sage ja, darf man das benutzen? Also darf mein Sohn ChatGPT benutzen, um die ganzen Sachen vorweg zu machen? Es ist noch nicht geregelt. Deutschland ist da dran. Irgendwie gefühlt wie immer dran, aber hat es nicht erledigt. Ja, wir können die Kinder ja nicht hindern. Das war der nächste Satz, der dann kam. Ich denke mir, hindern? Wir sollen lernen, damit am besten umzugehen, nicht sich darauf auszuruhen, sondern damit umzugehen, um auch sich vielleicht, und das ist der nächste Punkt, der mich betrifft, sich inspirieren zu lassen, weil ich hatte einfach mal so einen Test gemacht, schreib mir bitte eine Struktur, also viel differenzierter, du bist und so weiter, ja, alles mit reingeschrieben, aber schreib mir eine Struktur, die noch nie da gewesen ist in der Wirtschaft, ja, noch nie da gewesen ist für eine Wirtschaft im Bereich auf Lernen, auf kognitiven Ebenen oder für kognitiv Wissen in diesem Bereich und nutze branchenübergreifendes Wissen. Und dann kamen Dinge aus, klar, Neurowissenschaft, klar, aber irgendwie auch aus Automobilbranche, also so viele Sachen, diese branchenübergreifende, ich glaube, das war das Ausschlaggebende, dass Chet Chepity einfach aus vielen Branchen Dinge zusammengesucht hat und gesagt hat, hey, hier, das kannst du anwenden, und dann habe ich danach gefragt, okay, wie anwendbar ist das in der Realität mit Menschen? Ja, prüft das bitte psychologisch und so weiter. Also das ist ein Prozess gewesen, ich glaube, das hat, wenn das nicht in der vier Seiten gewesen wären, locker 200 Seiten gewesen, insgesamt am Ende, weil ich immer wieder Fragen gestellt habe und gesagt habe, okay, kannst du das überprüfen, du bist jetzt der Rechtsanwalt oder hier Datenschutzbeauftragter, Dirk Molzen, prüft das bitte. Und dann immer wieder kam was raus und am Ende hat man so ein richtiges Paket fertig. Also irgendwie ein Businessplan plus alles, was drumherum geht, Marketing, Rechte und so weiter. Ich denke mir, man spart sich massiv viel Zeit. Das finde ich halt spannend. Habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht? Das hier, ja? Ja, auf jeden Fall. Also gerade diesen Lernprozess, den die Josephine geschrieben hat, dieses Recherchieren, dieses Zusammenführen von Informationen, das macht mich immer traurig, wenn ich sehe, dass Lehrer das nicht so sehen, dass die sozusagen hier nur ein Schummel-Tool sehen und gar nicht die Möglichkeit eines Recherche-Tools oder eines Sparrings-Partners zur Diskussion, eines Assistenten zum Sammeln und zum Destillieren von Informationen. Und das sollte man eigentlich, jetzt wenn die Jugendlichen da total scharf auf das Thema sind, wäre das ja ideal zum Nutzen, ihnen da das besser beizubringen. Aber ich habe ja auch gemerkt, auf der Uni geht es ja auch schon bergab. Da ist ja auch schon viel weniger Hinterfragen und Nachdenken immer mehr Mode. Ja, jetzt muss ich aber mal widersprechen, Martin. Und ich glaube, es geht nicht nur bergab, sondern alle sind ja in der Orientierungsphase. Also so wie wir jetzt möglicherweise näher an dem Thema dran sind, ist es halt so, dass auch natürlich die Hochschulen, die Schulen, die Lehrer schon beobachten, was passiert da. Und ich weiß es von meiner Tochter, die studiert Jura im siebten Semester. Und ja, die darf schon, die ChatGBT heute schon nutzen und muss aber dann, wenn sie in der Arbeit wirklich schreibt, auch Quellen kenntlich machen. Genauso wie, früher war das immer der berühmte Hinweis, Wikipedia haben so und so viel nachgeguckt mit dem und dem Stand. Das heißt, wir haben natürlich die Technologie da und wir fangen ja alle erst mal an, uns daran zu gewöhnen, dass wir solche neuen Quellen in der Form nutzen können. Ich finde das Beispiel von Patrick sensationell, weil das einfach deutlich macht, du kriegst plötzlich mal ein Kompendium, einen Businessplan oder was auch immer für Denkmodelle, weil du die richtigen Fragen stellst. Das heißt, wir dürfen uns doch bitte angewöhnen, dass wir bessere Fragen stellen und nicht immer gleich sagen, die Antwort, die da kommt, ist dann sofort der heilige Gral. Das bestimmt nicht unbedingt. Das heißt, das braucht natürlich auch nochmal die menschliche Intelligenz, um zu prüfen, ist da was dran oder sind es alte Quellen und so weiter. Das hat der Tirk ja auch schon schön reingebracht. Das heißt, mit dem Erfahrungswissen, das auch bei uns vorhanden und gespeichert ist und nichts anderes macht die KI, nämlich auf menschliches Erfahrungswissen, das im Internet vielleicht auch zugriffsfähig ist, zurückzugreifen. Wenn wir das mit berücksichtigen, dass wir sagen, wir haben hier einen unglaublichen Datenpool an Wissen, an menschlichem Wissen und das können wir integrieren und das ist toll. Das ist der Bildungsgedanke, den die Josephine anspricht und ja, unser Schulsystem ist vielleicht nicht vorbereitet, weil wir ja so ein föderales Struktursystem haben bei uns, das manchmal sehr hakelig, manchmal sehr bürokratisch ist und ich bin aber immer ganz zuversichtlich, dass ich denke, es muss vielleicht manchmal erst schlimmer werden, damit es besser werden kann. Ja, kann man so sehen und da gibt es viel, viel, viel Bedarf, aber ich glaube, wir alle, jeder Einzelne von uns ist gefordert, dort tatsächlich auch dafür einzutreten, zu sagen, geh anders mit den Dingen um, mit Wissen um, mit Wissensaneignung, mit dem Wissenswert, damit wir dann auch vielleicht Menschen mehr selbst werden, mehr lebenswert. Ich wollte bei der Uni auch gar nicht unbedingt das Thema KI jetzt direkt einsteuern, sondern einfach dieses, die richtige Frage stellen wird heutzutage einfach immer schwieriger, weil bestimmte Themen jetzt einfach tabu sind oder jemanden verletzen könnten oder gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen könnten und deswegen, und das zieht sich halt dann auch in technologischen Themen rein, gerade solche technologischen, die sich direkt mit unseren menschlichen da zusammenprallen. Aber das ist eben glaube ich auch schwierig. Das finde ich spannend, Martin, weil du sagst gerade die richtigen Fragen, aber ich denke mir, man kann die besseren Fragen stellen oder differenzierteren Fragen stellen. Das muss ich auch sagen, Detlef, ich habe ein, ich glaube, das größte Learning mit ChatGPT, was ich hatte, war, dass ich gemerkt habe, wow, okay, ich darf lernen, wesentlich bessere Fragen zu stellen. Dann ging mir ein Licht auf so irgendwie so ganz banal, aber ging mir ein echtes Licht auf, dachte ich mir, durch ChatGPT lerne ich auch mit Menschen besser zu sprechen und die besseren Fragen zu stellen. Also, mehr Interesse, mein Interesse geht noch höher, exorbitant höher, wenn ich mit jemandem spreche und denke mir, okay, nicht nur, ja, warum machst du das jetzt oder, also, warum willst du dahin, sondern noch tiefer gehen, da einzusteigen. Und klar, nicht jetzt mit jedem Gespräch philosophisch 17 Ebenen tief zu gehen, aber, wenn man das braucht, wenn man, wenn man Wissen ziehen will, wenn ich jetzt von Detlef etwas wissen will, was irgendwie, was ich elf Jahre zurückliegt und ich brauche da etwas, dann gehe ich nicht in die Oberfläche und frage mal nach, sondern, ah, ich bereite ihn darauf vor, wer war, also, was will ich eigentlich wirklich von ihm und auch schon die Zeit wertschätzen, ja, also, auch für euch, ihr seid jetzt hier, ihr habt euch die Zeit genommen, dass man auch da mit reingeht und viel differenzierter in die Konversation reingeht, das heißt jetzt nicht, dass man jeden überladen muss mit Texten und Kommunikation, das nicht, da kann man auch nochmal differenzieren, aber einfach, klar, wir haben eine Gesellschaft, die einerseits irgendwo so ein bisschen dünner, also dünnhäutiger geworden ist, finde ich, wenn man die falschen Wörter benutzt, gendern ist ein Riesending, wo ich auch gesagt habe, okay, ich bin da raus, die können das gerne alle machen, ja, FreundInnen, PolizistInnen, könnt ihr gerne alle machen, ich, ich, bewerte die auch nicht und ich mache es aber für mich und ich will auch nicht bewertet werden, so, das ist völlig okay, aber dass man sich selbst so die Grenzen absteckt, wie will ich kommunizieren, ja, wie will ich AI nutzen in der Kommunikation zum Beispiel, auch im Unternehmen, ja, das ist ein riesenbreites Feld, ich glaube, AI wird nahezu überall reingehen, ob es jetzt Militär ist oder die Erotikbranche ist oder was auch immer, es wird überall reingehen und da bin ich gespannt, was es mit uns macht, vom Wording her, weil es gibt, ich habe die Adresse jetzt nicht parat, aber ich habe die irgendwo abgespeichert, kann ich euch mal schicken, vielleicht kennt ihr es auch schon, es gibt eine Seite, die ist wie ChatGPT, aber nur auf psychologische Gesundheit basiert, das heißt, wenn ich sage, ich bin, also ich will mich umbringen, dann erst mal fragt es, hallo, wie geht es dir, ja, nee, ich will nicht mehr leben, oh, okay, was ist da passiert, also wirklich wie so ein Psychologe, ne, schlussisch wie ihn, da kannst du vielleicht noch mit sprechen, geht die Person, also die Person, die AI geht dann an diese Person so ran, wie ein Psychologe und schaut, das ist dann halt, das alles runterfertige, Emotionen, aber nicht im Sinne von so plump wie, ja, brauchst du nicht traurig sein, ne, das ist völlig kein Quatsch, sondern wirklich da psychologisch rangeht und die Person abholt, beruhigt, aber auch sich selbst reflektiert und dann checkt, kann man die jetzt loslassen aus dem Chat raus oder braucht die noch was, das finde ich bemerkenswert, also das, das funktioniert in den Staaten, seit, ich weiß nicht, sechs Monaten, glaube ich, gibt es das oder vielleicht ein bisschen länger, super, super spannend und vielleicht, Josephine, hast du da vielleicht auch einen Punkt, weil vielleicht gibt es ja ja Psychologen, die sagen, oh, 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 mein Beruf ist gefährdet. Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannender Punkt, weil da auch gerade die Entwicklung wahnsinnig voranschreitet und so in Forschung geradezu passiert, seien es verschiedene psychologische Apps, die man schon auch teilweise verschreiben lassen kann in Bezug auf gewisse klinische Diagnosen oder eben auch im präventiven Kontext und da ist schon super viel möglich, gerade jetzt vor dem Hintergrund, den wir sehen, dass wir, das Grundproblem, was wir im Bereich Psychologie haben, dass wir irgendwie, ja, zu viele Menschen haben, die eigentlich Hilfe gerne in Anspruch nehmen, so wenige Therapeuten, die auf Kasse arbeiten können, dann ist das natürlich eine gute Abhilfe. Was ich aber nach wie vor glaube und auch sehe, ist, dass uns trotzdem viele Informationen verloren gehen. Also, wir erleben es selber im psychologischen Kontext oder auch ganz viele meiner Kollegen sagen, natürlich können wir zum Beispiel auch telefonisch eine Therapie anbieten oder eine Beratung anbieten und das funktioniert auch in vielen Fällen. Aber es fehlen eben auch Informationen. Also, ich kenne kaum Kollegen, die sagen, mir ist es lieber, mit meinen Patienten, Klienten, wie auch immer, zu chatten, als sie wirklich face to face und damit meine ich auch, in einem Raum präsent zu sehen. Also, das heißt, ich glaube, dass in dem Zusammenhang AI für uns eine super gute Chance ist, um das Ganze zu puffern, um den Menschen einen Rückhalt zu geben zu können, zum Beispiel in einer Notsituation oder auch wenn sie wissen, ich brauche gerade irgendwie einen Impuls und ich kann jetzt nicht ad hoc mir einen Psychologen, eine Psychologin an die Seite holen, kann das eine gute Unterstützung zum Klient sein? Was ich persönlich nicht sehe? Was ich persönlich nicht sehe und ich glaube, auch viele meiner Kollegen da tatsächlich nicht so eine große Angst vor haben, ist, dass unser Job irgendwann nicht mehr gebraucht wird. Weil es ist am Ende des Tages wirklich ein, nochmal eine andere Verbindung, eine Art der Intervention, die wir Menschen untereinander haben. Eine Bindung, die wir untereinander haben, nonverbale Kommunikation, die wir untereinander haben, wo wahnsinnig viele Informationen drüber vermittelt werden und somit eben auch eine andere Möglichkeit steht, auf Menschen einzuwirken. Und genau, und vor dem Hintergrund, glaube ich, ist es auch hier wieder eine Chance, eine gute Ergänzung, der wir nicht mit, ja, mit einem irgendwie roten Kreuz begegnen sollten. Wir haben wirklich Angst, dass wir alle unsere Jobs in zehn Jahren nicht mehr haben, ehrlich gesagt, in unserem Kontext. Wenn ich mal auf einen Punkt reingehe, das ist auch so ein spannendes Thema, Thema Extreme. Ganz kurz, wer von euch kennt den Film Exma Kenner? Okay, Martin, okay, gut. Vielleicht kann Martin später mal dazu was sagen. Weil du sagtest, irgendwann, also ich sehe es nicht, dass es irgendwann so ist, dass das dann berufgefährdet ist zum Beispiel, ja, wie auch immer. Da denke ich mir, also die Zeit rennt, ja, und die AI sprintet davon. Und ich denke mir, irgendwann Thema kybernetische Körper oder Roboter oder ähnliches mit der künstlichen Intelligenz AI und AR und was es alles noch gibt, wird es, glaube ich, schon irgendwann soweit sein, weil wir Menschen, also Thema auch unsere Augen, unser Verstand uns auch gern täuschen lassen. Und bei dem Film Exma Kenner zum Beispiel geht es ja auch teilweise darum, dass ein Test gemacht wird mit einem Menschen und einem Roboter, nenne ich es jetzt mal, ähm, der so menschenähnlich ist in der Nanomimik, in der Stimme, in der, in den Untertönen und so weiter, dass die, dass der Mensch sich quasi verguckt, nicht unbedingt verliebt, aber schon sehr stark verguckt in diese, diese Frau, ja, ähm, und die halt ein Ziel verfolgt und auch am Ende das Ziel erreicht. Also es ist ja letztendlich so ein Worst-Case-Szenario am Ende, wo wir Menschen uns selbst unterliegen, also unseren Gefühlen, Emotionen und dann verlieren wir uns da und ich glaube schon irgendwann, das kann schnell sein, das kann auch in 100 Jahren erst sein, irgendwann unterliegen wir quasi unseren eigenen Emotionen gegenüber diesen kybernetischen Körper mit AI und KI und da drin. Dann ist halt die Frage, wer ist noch Psychologe, wer ist noch Illustrator, wer ist noch Datenschutzbeauftragter, ja, oder Redakteur oder was auch immer. Ist das, ist das ein Punkt? Also das, wie wir, Menschen widersprechen sich ja permanent und eine Sache finde ich halt so spannend in dem Kontext und könnt ihr gerne kommentieren, ist halt, viele, also Millionen Menschen meckern, ich muss zu viel arbeiten, ich komme gar nicht runter, ich habe keine private Zeit versus, wenn das dann so weit ist, dass wir, dass die kybernetischen Körper AI und so weiter sehr viel Fiktion so, aber wenn das so weit ist, theoretisch müssen wir dann ja gar nicht mehr arbeiten. Wir Menschen brauchen immer einen Sinn im Leben, das heißt, wir wollen ja auch gerne arbeiten, ja, aber wir brauchen ja eine Beschäftigung, aber sieht das dann vielleicht auch nochmal ganz anders aus, also nicht, dass wir nicht arbeiten, aber was für eine Welt wäre das, ich meine, wir meckern noch permanent am Sonntag schon, oh Gott, warum wir das arbeiten? Wer möchte? Also ich würde ganz gern die Brücke noch schlagen zwischen dem, was die Josephine gesagt hat, in deinem Fall ist es ja tatsächlich ein Vorteil, dass die Menschen Angst vor der fremden KI haben und viel lieber mit einem echten Menschen sprechen, das wird lange Zeit sozusagen das Puffern, aber wenn dann eben solche Roboter daherkommen, die wirklich menschlich aussehen, die uns täuschen, dass sie Menschen sind, dann wird es wirklich gefährlich, ja, und dann, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, weil ich, also ja, natürlich kann es gefährlich werden, natürlich wird AI und Künstliche Intelligenz eingesetzt, es gibt ja heute schon Roboter und Drohnen und so weiter, die aus militärischen Zwecken natürlich gebaut werden, weil Menschen ja immer gerne Kriege führen, das wird nicht weg sein, es geht ja am Ende auch immer um knappe Ressourcen auf dieser Welt oder zumindest den Glauben daran, dass die Ressourcen knapp wären, also in vielen Bereichen sind sie es, das erleben wir ja heute schon in der Chip-Industrie, aber ich glaube prinzipiell ist es so, es gibt ja Menschen, die eine aufblasbare Puppe lieben und so weiter, ja, die dürfen das ja tun, also warum denn nicht, wenn sie einen Roboter haben, es gibt in Japan, glaube ich, Pflegeroboter für alte Menschen und bevor ich nun gar keine Pflege habe, ist mir ein Pflegeroboter bestimmt lieber, wenn ich mir die Windeln nicht mehr wechseln kann entsprechend. Also ich glaube, das ist ein Gedanke, wo wir sagen, wir haben Technologie, ich bin ja grundsätzlich, bin ich ein fürchterlicher Optimist, der immer daran glaubt, dass es das Gute am Ende siegen wird, ja, es irre mich hin und wieder, aber es ist einfach die bessere Lebensform, also bin ich immer auf, also für mich zumindest, ja, das heißt aber nicht, dass ich nicht Menschen brauche, wie Josephine, wenn Menschen in Krisensituationen sind, und es gibt Krisensituationen, die wirklich brutal ernst sind in dem Moment, und natürlich hat Josephine hundertprozentig recht und Martin, du hast natürlich auch recht mit der Sorge, die du da äußerst, weil das nicht einfach wegzudiskutieren ist, es ist da, es ist in unserem Leben da, es beeinträchtigt unser Leben und sind wir in der Lage, tatsächlich in emotional herausfordernden Situationen, in Krisensituationen, und so weit zu reflektieren, dass wir, manchen nennen das ja die nordsibirische Eisenbahn, diese Sibirian Northern Railroad, Stop, Breathe, Atman, Note, Reflect und dann erst Respond, also diese fünf Schritte überhaupt einzuhalten, es gibt ein wunderbares Buch wie von Search Inside Yourself, kann ich nur empfehlen, mal nachzulesen, da kriegst du diese Technik vermittelt, das weißt du dann, dass es die Technik gibt, sie aber dann anzuwenden in Krisensituationen oder wenn es kritisch wird, das wird echt, boah, da habe ich selber so meine Mühe, damit immer zu kämpfen. Also ich glaube, wir dürfen alle anerkennen, dass wir uns selbst entwickeln dürfen und die Technik nutzen dürfen im Sinne von, wie hilft es mir, wie hilft es mir vielleicht auch empathischer mit anderen Menschen umzugehen. Heute ist ja der Tag der Frauen, ja, weltweit, also deswegen kann ich nur sagen, wir dürfen alle etwas lernen über unsere Konzepte, die wir bisher vielleicht antrainiert haben, ob die immer noch so passend sind für die Welt von morgen, da habe ich schon mal in Zweifel. Ja, spannender Aspekt. Dirk, ich finde es spannend, wir gucken ja sehr oberflächlich drauf, also du sagtest ja vorhin, dieses Paper ist ja sehr trocken zu lesen und es ist jetzt wirklich nicht der letzte Hype und jeder stürzt sich drauf und will das lesen, diese Act, was ist das genau, was steht da drin, aber wir nutzen gerne die Apps, wo AI drin ist, wir nutzen gerne Chat-GPT, wir machen gerne Bilder von uns selbst, wir kreieren Landschaften, die es vielleicht gar nicht gibt, wir mixen einfach Dinge, die jemand anders schon kreiert hat und nennen das unser eigener Datenschutz. Ist auch ein trockenes, aber relevant und wichtig für Unternehmen sowie auch Einzelpersonen, wo siehst du da Hoffnung und vielleicht die Extreme auch oder auch, jetzt nicht den heiligen Grad, aber wo siehst du da so einen Lösungsansatz auch? Ja, also ich hatte vorhin schon den Impuls, nochmal kurz zurückzuspringen zur Bildung. Also ich kann mich noch gut erinnern, dass ich mit dem Rechenschieber irgendwie im Matheunterricht arbeiten durfte. Dann kam der Taschenrechner und das war ja, also ich glaube, so ungefähr siebte, achte Klasse, das war damals auch so ein Umbruch. Jetzt brauchen wir ja alle nicht mehr rechnen und jetzt ist ja alles ganz einfach. Aber die Betrachtungsweise oder die Art und Weise, wie wir rangehen an bestimmte Probleme oder an Fragestellungen, das hat ja Detlef auch schon gesagt, das ist letztendlich das Konzept, mit dem wir arbeiten müssen. Also wir müssen jetzt als Menschen umgewöhnen, die Frage anders zu stellen. Also wie arbeite ich mit KI? Wie kann ich den Output so bekommen, dass das ja für mich funktioniert und dass er vielleicht aber auch natürlich eine gewisse Rechtssicherheit hat? Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen jetzt, also es gibt Hochsicherheitsbereiche oder Hochsicherheits-KI-Szenarien, die also ein hohes Risiko für Menschen oder für die personenbezogenen Daten darstellen könnten. Also nehmen wir mal die Schufa als Beispiel, also ich kann natürlich, wenn du dich für mein Newsletter anmelden möchtest, kann ich dir natürlich 18 Fragen aus deinem Privatleben stellen, deine sexuelle Ausrichtung, deine religiöse Ausrichtung oder nur deine Schulgrüße, aber das sind alles keine Punkte, um mein Newsletter zu bestellen. Also die brauche ich nicht. Also es gibt keine Rechtsgrundlage dafür, dir diese Fragen stellen zu müssen. Und das ist eben immer wieder der Punkt im Datenschutz letztendlich, wo geht die Reise hin? Also was kann ich eigentlich für Daten von einzelnen Personen erheben und welche Grundlage ist dafür da, dass ich damit arbeiten kann? Also was braucht die Schufa tatsächlich an Daten von mir, damit sie sagen kann, ich kann einen Kredit bekommen oder ich kann keinen Kredit bekommen? Gehört da wirklich die Postleitzahl dazu? Oder wo ich meine Hemden eingekauft habe? Oder was auch immer. Und das verschwimmt halt. Und das wird mit KI sicherlich auch sehr schwierig werden, da das Gesamtbild noch zu betrachten. Also das fällt mir jetzt schon schwer, weil die Grenzen verschwimmen jetzt schon. Aber trotzdem würde ich niemals sagen, das ist alles Hexen, Dirk. Oder da lassen wir jetzt die Finger von, weil dafür ist es eh schon zu spät. Das macht jeder. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen und sich tiefer einzugraben in das Thema, damit man das versteht. Wo sind die Probleme oder wo müssen wir als Menschen uns selbst vielleicht auch regulieren? Weil wir sind nicht dafür geschaffen, also grenzenlos zu leben. Ja, das zeigt das immer wieder. Seitdem ich Radio hören kann, höre ich über Palästina-Kriege. Also wir können nicht in Frieden seit mal nebeneinander leben. Und das wird mit KI vielleicht sich ändern können, aber im militärischen Bereich sehe ich diese Entwicklung eigentlich auch nicht. Also da gibt es auch eine tolle Doku bei Netflix über den Entwicklungsstand, was jetzt schon geht in Amerika. Da ist die Rüstung ja ein bisschen anders als hier in Europa hochgestellt. Und das ist schon sehr beeindruckend im negativen Sinne. Naja, aber wie auch immer, ich denke, ich sehe es auch, so die Idee läuft positiv. Also ich möchte es auch gerne positiv sehen. Und wir müssen halt jetzt Techniken entwickeln, wie wir sinnvoll damit umgehen können. Ja, also das ist ja spannend. Das ist spannend, dass du das sagst, weil ich habe einen, der Cousin meiner Frau, der ist Offizier bei der Bundeswehr. Der berichtet mir doch glatt, die haben so einen Laptop und dann haben sie so eine Genu-Karte. Also der hat, erstmal muss er mit seiner Identitätskarte in den Laptop rein, damit er überhaupt den Rechner bedienen kann. Dann gibt es noch ein weiteres Gerät, das irgendjemand in Auftrag bekommt, die ganze Bundeswehr damit auszustatten, mit einer weiteren Karte, bei der der PIN hinten auf dem Gerät steht, damit man den PIN eingeben kann. Der ganze Prozess, um dann reinzukommen mit dem System, dauert irgendwie fünf bis sieben Minuten, bis das Ding überhaupt lauffähig ist. Dann frage ich mich immer, sind wir noch verteidigungsfähig genug, um in dieser Geschwindigkeit zu reagieren, wenn ein Feind wirklich mal kommen sollte, sollte da ein Feind wie Putin oder wer auch. Und das ist ja in der politischen Diskussion gerade. Aber wir erleben gerade, dass wir natürlich gucken, wo geht unsere Aufmerksamkeit denn tatsächlich hin? Wo entscheiden wir, die Aufmerksamkeit hin zu lenken? Und die Josephine hat es angesprochen, Richtung Bildung, der Martin hat den Gedanken so schön aufgenommen entsprechend. Es gibt einfach nach wie vor natürlich eine Menge Gefahren. Es gibt auch eine Menge an Problemen, die wir uns mit Sicherheit einhandeln und dieses darüber sprechen, sich austauschen, nicht nur philosophisch sich austauschen, die Regeln zu definieren, mit denen wir zusammenleben wollen, also unter denen wir zusammenleben wollen. Das ist nicht zu Ende, das wird auch weiter so sein. Und natürlich kann KI da helfen und uns den einen oder anderen Impuls geben. Aber letztlich dürfen wir uns immer fragen, welche Werte leben wir denn? Welchen Lebenswert wollen wir denn haben? Und welchen Beweis brauchen wir? Welchen Lebensbeweis, welchen Selbstbeweis und welchen Wissensbeweis brauchen wir dafür, dass wir unser Charisma rausleben können? Augen auf bei der Plattform, die ich benutze, kann ich selber sagen. Ja, das stimmt. Mein Freund hat mir das erzählt, ich konnte es gar nicht glauben. Ich war selber 330 Jahre Soldat und Marineflieger. Ich habe gesagt, ja, ja, schöner Diebfick. Ich habe es ja noch mal recherchiert und danach musst du dann sagen, ey, das kann nicht angehen. Also so geschwommen kann man echt nicht sein. Naja. Ja, du sprichst natürlich ein großes Thema an. Das hat man ja gerade gemerkt bei der Taurus-Diskussion. Also Statenschutz. Die Bundeswehr hätte sich gefreut, hätte sie ihn gehabt, dann hätte es diesen Skandal nicht gegeben und Putin hätte das nicht ausspielen können. In der Form. Insofern bleibt das Thema natürlich absolut relevant. Martin, du hattest ja auch, bevor wir angefangen, gesprochen über Angst und Unsicherheit und Informationen differenzieren zum Beispiel. Ich finde es sehr spannend. Und ich hatte nämlich nur aufgrund dessen, ich glaube, ich hätte es auch so geholt, aber aufgrund dessen, das Thema ist von heute, ich habe mir dieses Buch geholt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ob ihr es auch erkennen könnt. Super, super spannendes Buch über, über, ja, Entscheidungen treffen, über Nebengeräusche, Störfaktoren in Bezug auf Entscheidungsfindungsprozesse. Super entspannt. Also für so viele auf jeden Fall auch entspannt, glaube ich. Und da habe ich, also ich habe jetzt nicht so viel gelesen, ich bin jetzt glaube ich auf Seite 71 oder sowas, aber es ist, aber witzig, wie wir der Meinung sind, dass wir uns so stark konzentrieren können, dass wir eine richtig, richtig gute Entscheidung treffen, die dann beeinflusst ist von so vielen Faktoren, die dann irgendwo doch gar nicht unsere Entscheidung ist. Ja, oder nicht unbedingt die, also auch Dinge, die wir vielleicht ausblenden oder einen toten Winkel haben, das nicht erkennen können und dann hinter uns fragen, danach uns fragen, hey, warum hat das nicht funktioniert? Was finde ich so spannend, weil im Bereich AI, das, das, ich habe das Gefühl, wenn wir, wenn wir uns Menschheit so betrachten, sind wir gerade mal so sechs Jahre alt. So, oder, oder vielleicht in der Teenager-Phase, ja, weil irgendwie Kriege hat es immer gegeben, wird es gefühlt irgendwie immer gegeben, es wird einfach nur mit AI vielleicht ausgereifter, unsere Sprache entwickelt sich immer mehr oder auch manchmal in komische Richtung, wo man denkt, brauchen wir das überhaupt, ohne es anzudeuten, aber ich habe das Gefühl, wir ändern uns nicht wirklich im Grundwesen, also wir sind so, das tut so viel, da kannst du auf jeden Fall was zu sagen, es ist ja nur ein Gefühl, ich bin kein Psychologe, nur, ich hatte gestern ein Interview gehabt und da haben wir über Klarheit gesprochen und auch Entscheidungen zu treffen, also wir treffen dann besser Entscheidungen als Geschäftsführer oder, ne, und da ging es darum, dass die Angestellten, dass die, ja, reflektierter werden und immer besser und nachfragen und so weiter und da dachte ich mir, ich weiß was du meinst, ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen wacher werden, auch interessierter werden, nur, ich brauche nur einmal Bus oder Bahn fahren und es ist schon vorbei. Da denke ich mir, irgendwie, können die denken, können die, also jetzt ohne irgendwie die runterzumachen, wo ich denke, das ist nicht euer Ernst vom Verhalten her, also so dermaßen unreflektiert und dann wird das entschuldigt mit, ja, ich komme ja auch gerade vor der Arbeit. Ne, das ist ein Grundcharakter zu, ja, so generell, also gewisse Sachen, inwiefern siehst du Potenzial dafür, dass wir irgendwie doch mal die Kurve kriegen, jetzt nicht heilige Menschen werden allesamt, das nicht, aber ich meine, Krieg war schon immer da, Neid war schon immer da, Mangel war schon immer irgendwie da, also in den Köpfen zumindest auch, wo kann es, oder nicht wo sollte es, aber wo kann es mit uns hingehen mit dem Verhalten, was wir heute haben? Das ist vielleicht sogar jetzt unsere Chance durch die KI, weil wie du sagst, wir wissen über uns selber eigentlich relativ wenig oder gerade die Individuen wissen sehr wenig, wie sehr sie von ihren Gefühlen gelenkt werden oder von Einflüssen oder vom Ego und wir wissen auch, wir wissen als Menschheit noch gar nicht so genau, was Bewusstsein ist und wir wissen, manche wissen nicht, was Intelligenz ist und vor allem wissen viele, ist mir aufgefallen nicht, dass diese künstliche Intelligenz sehr unserer nachgebaut worden ist, nicht, das sind ja, das ist ja jetzt nicht mehr programmiert wie früher, das ist ja nicht einfach Software, sondern das ist unsere Redware in Form von digitalen Neuronen, wurde nachgebaut, einfach in einer riesengroßen Menge, die halt unserem Gehirn so langsam entspricht und durch bestimmten Input und Output entstand halt tatsächlich so ein Ding, das Text zu verstehen scheint, Bilder erkennen kann, Bilder erstellen kann, wir sind da eigentlich gar nicht drin, was da drin eigentlich passiert, genauso wie wir es bei uns noch nicht so ganz verstehen können und vielleicht ist das jetzt unsere Chance, dass wir durch die Experimente mit der KI unsere natürliche I ein bisschen besser durchschauen und die Fußangeln finden, aber sehr optimistisch bin ich da auch nicht. Das ist ein schönes Wort, die natürliche I. Oh ja, das nehme ich mit, das ist schön, natürliche I hört sich gut an, es gibt ja diverse Filme, wo immer die böse KI gezeigt wird, also es gibt ja immer mehr so in diese Richtung, nicht nur böse Menschen den Bösewichten gezeigt werden, sondern auch AI mittlerweile, sagen wir mal zum Beispiel von Marvel, Age of Ultron zum Beispiel, da gab es ja auch einen, einen Roboter und da muss man, wenn man drauf schaut, es ist sehr, sehr vermenschlicht, also es ist immer uns, wie Martin sagt, uns nachgemacht, also sehr, dass wir es auch verstehen, was wäre, wenn die AI etwas kreiert, was noch nie da gewesen ist, was gar nicht in unser Konzept des Menschenrein passt, also wenn wir jetzt zum Beispiel Menschen fragen, wie könnte ein anderer Organismus aussehen, der intelligent ist, dann kommen die meisten normalen Menschen immer noch auf zwei Augen, Kopf, Beine, irgendwas so in den Dreh, also es ist nie irgendwie was anderes, wir tun uns sehr, sehr schwer, etwas zu denken, was noch nie zuvor gedacht worden ist, das tun wir uns super, super schwer, also normal, das gehört dazu, vielleicht gibt es eine Spezies, die sind drauf, spezialisiert sich ständig, irgendwas Neues auszudenken, was sie noch nie vorher gedacht haben, wer weiß, weiß man nicht, aber worauf ich hinaus will ist, können wir tatsächlich mal einen Weg einschlagen, der uns ganz als Mensch gut tut, ich sage jetzt nicht ohne Krieg so, aber der uns wirklich gut tut. Naja, können wir einen Weg einschlagen, also erstens, Patrick, die Menschheit hat den Weg der KI eingeschlagen, Punkt, also die Gewalt auf der Welt hat abgenommen seit dem Zweiten Weltkrieg und zwar dramatisch, also das ist schon so, das ist natürlich, das sehen wir immer nicht, weil die Medienberichterstattung, Medien sind ja Weltmeister der Wahrnehmungsmanipulation, ich weiß das, ich habe das mal gelernt und studiert, das kann ich ziemlich gut, wenn du die Aufmerksamkeit permanent auf negative Dinge lenkst, in der Form, dann ist das so, dass es in der Wahrnehmung größer erscheint, obwohl es vielleicht in der Realität gar nicht so stark ist, deswegen plädiere ich dafür, den Blick so weit zu eröffnen, zu sagen, ja, die Welt ist, die Welt ist einfach, sie ist immer schlecht, sie ist immer gut, sie ist einfach da, die wird wahrscheinlich, also wenn wir so weitermachen, vielleicht auch die Menschheit überleben, nach dem Motto, die Erde wird es danach geben, die Menschheit vielleicht nicht mehr, weil wir zu blöd sind, das zu schnallen, dass wir ein paar Dinge anders machen dürfen, wir erleben ja gerade weltweit, dass wir ein Bevölkerungswachstum haben und wir haben damit einfach ein paar Parameter, die unabweisbar unser Leben bestimmen werden, nämlich Bevölkerungswachstum in einer Art und Weise, die Bevölkerung muss ernährt werden, die Menschheit wird älter in den zivilisierten Staaten, das heißt, die müssen sich alle überlegen, wie gehen sie mit einer alternden Bevölkerung um, wirft die Frage auf, können wir produktiver werden, im Sinne von weniger Menschen, die in dem Alter sind, dass sie etwas leisten können, können die anderen mitversorgen und natürlich hilft der KI mit und kann mithelfen, das heißt, ich plädiere immer dafür, den Blick offen zu halten, nach allen Seiten, das heißt ja nicht, dass man Gefahren ignoriert, aber ich denke, prinzipiell bin ich da nicht so negativ gestimmt, Patrick, wie du es gerade vielleicht skizziert hast oder wie du vielleicht in die Gedanken reingebracht hast, aber was der Martin zu Recht gesagt hat, nach dem Motto, sind wir uns dessen bewusst, haben wir das Bewusstsein, und dafür haben wir die Fähigkeit, haben wir eine Menge, 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 alle miteinander zu tun, Menschen mitzunehmen und Licht ins Dunkel zu bringen, das ist der Grund, weshalb wir ja auch die Vollmacht gegründet haben, weil wir gesagt haben, Vollmacht mit 3L für Lebenswert, Lebensführung, Lebenswerk oder Lebenslust, wenn du willst, weil tatsächlich auch im Wirtschaftsleben oder auch im Zusammenleben von einem Zusammenspiel von Unternehmen und Firmen Menschen viel Dunkelheit da ist und immer wieder von manchen Menschen verbreitet und ich denke, wenn wir dafür antreten, dass wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen jeden einzelnen Tag sind wir in Schritt. Absolut. Letztendlich wollen wir alle dasselbe. Wir wollen anerkannt werden, wir wollen geliebt werden, wir wollen verstanden werden, also noch vieles, vieles mehr, aber das ist ja so der Grundpunkt, wir Menschen kommen ja nicht auf die Welt, wir sind böse und haben böse Absichten, wir kommen auf die Welt und sind an sich ja erstmal neutral und werden dann geprägt von dem, was auf uns einwirkt. und das ist so der Punkt auch, wir dürfen vielleicht auch uns lernen, das haben wir in der Anfang schon gehabt, die besseren Fragen zu stellen, zu sagen, okay, stopp mal, ich habe hier gerade ein hohes Tempo, ich lebe intensiv und vielleicht nicht gut genug, damit ich gesund bleibe in Zukunft, wie kann ich mich optimieren? Ob das es spirituell ist, körperlich ist, also gesundheitstechnisch auch ist, dass man auch mal sagt, ich meine, Chatschipiti ist jetzt nicht mein Heilpraktiker und nicht mein Hausarzt und so weiter, sondern ich meine Psychologe. Wir haben schon über Teilersatz gesprochen, Thema Psychologie, vielleicht gibt es einen Chatbot, der einfach mit mir chatten kann, okay, wie kann ich dann das machen, bis Josephine dann einfach Zeit für mich hat. Das gleiche gilt zum Beispiel für einen Heilpraktiker, der einfach sagt, also Chatbot zum Beispiel, der sagt, pass auf, mit deinen Beschwerden, was du uns jetzt alles rübergesandt hast und deinen Alltagstrott, den du so hast und deinen Gedankengang, den du im Ganzen hast und wie du mit dir umgehst, mache A, B, C, ist nicht die Lösung, aber bis Heilpraktiker Felix Zeit hat, hilft das auf jeden Fall und das kann man ja auf allen möglichen Bereichen umsetzen. Ja, Bildung ist ja ein Riesenthema, ist von klein auf ein Thema, muss ich noch studieren. Also mein Sohn sagt auch, ja, ich möchte gerne Rechtsanwalt werden, also, ich weiß nicht, ich glaube für Strafrecht oder sowas, aber ich dachte mir, lohnt sich das noch? Oder IT-Security-Programmierer. Ja, genau, das ist auf jeden Fall auch hier in dem Buch Neuss zum Beispiel wurde ja auch beschrieben, inwiefern Richter einfach jemanden wegsperren, also zwei verschiedene Personen, der eine für sechs Monate, der andere für zwölf Jahre, weil, was ich weiß nicht, der Richter hat in einem Tag irgendwie einen härteren Stuhl und der Tag war scheiße, deswegen hat er irgendwie eine härtere Strafe ausgesprochen. Also es gibt ganz viele Analysen in diese Richtung, aber nur in Amerika witzigerweise gibt es ja viel weniger, was das angeht. Und das ist halt spannend zu sehen, kann die AI oder wird das irgendwann machbar sein, das ist natürlich ein Blick in die Zukunft, nicht, also nicht als einziges Person sagen, okay, sieben Jahre, sondern vielleicht helfend als Assistenz oder sowas. Das ist halt auch spannend, finde ich, zu sehen. Das ist Thema Datenschutz auch, ich glaube, da geht es dann richtig rund, was das angeht, durch Strafrecht, wenn man Menschen wegsperren sollte oder freisprechen darf, da wird es, glaube ich, richtig rund gehen, aber auch im Bereich Versicherung. Also jetzt springe ich ein bisschen vom Thema so hin und her, aber es ist spannend, wo AI einfach überall mit reingehen kann und ich bin gespannt, wo es reingehen wird und vielleicht auch schon überall schon drin ist, wovon ich keine Ahnung habe. Also das ist halt, wir dürfen lernen, mehr abzustecken, in welchen Bereichen bin ich unterwegs, wo AI mit drin ist, weil der Rest muss mich dann ja nicht unbedingt interessieren, zumindest nicht primär, weil dann bin ich überladen irgendwann. Wie kann man jetzt, sagen wir mal, junge Leute, mein ältester Sohn ist 16, der Kleine ist 10, wie kann man in dem Alter, die da am besten, am besten heranführen, klar, erklären und zeigen Beispiele. Ich finde, die Frage könntest du Chat-GPT mal stellen. Ja, genau. Machen wir, pass auf, machen wir und dann bringe ich das mit rein, wir lassen das mit reinschneiden und zeigen dann die Antwort. Mal gucken, was es dann bringt und vielleicht machen wir noch so ein Feedback-Video von euch einzeln hinten an. Ja, ja, also immer unser Vermögensmentor, der zieht ja seine Tochter, sagt immer digital, das heißt, er hat Sprachnachrichten, die so immer wieder abgefeuert werden, wenn so bestimmte Verhaltensweisen kommen. Das ist ja, also ihr seht schon an solchen kleinen Beispielen, was da alles schon möglich ist, was wir nutzen können, weil es eine knappe Ressource gibt für unser Leben. Das ist nämlich Zeit. Wir haben nur eine begrenzte Lebenszeit, Freunde, und wir werden alle sterben. Das ist sicher. Wir müssen nicht sterben, wir sterben sowieso. Also deswegen können wir auch sagen, genieß jeden einzelnen Tag. Nimm das Leben und mach das Beste draus hier und heute. Und wenn du das kannst, dann bist du schon mal in einem ganz anderen Modus. Das heißt nicht, dass es nicht gerade wirklich scheiße laufen kann. Es kann schon mal sein, dass du wirklich drinsteckst. Ich meine, ich habe ein Ingenzverfahren überlebt 2010 mit dem wunderbaren Restschuldbefreiung, mit diesem wunderbaren Wort Restschuldbefreiung, bin ich rausgegangen und das ist schön. Ich habe keine Schuld denn mehr und auch keine Schuld mehr und Schuld an allem bin ich sonst sowieso oft genug gewesen. Das ist ja das Schöne. Also ihr merkt schon daran, wie man mit Worten umgeht und wo die Aufmerksamkeit hingeht, was machen wir mit unserer Zeit am besten mit KI und was nutzen wir. Natürlich werden Firmen KI deshalb schon nutzen, weil sie sagen, nicht nur unsere Ressourcen zu schonen, sondern auch Gewinne zu machen, um letztlich ein System zu schaffen, damit wir auch Menschen vielleicht auch beschäftigen können, in Lohn und Brot bringen und es werden komplett andere Jobs werden. Ich meine, es gibt auch heute keine Mönche mehr, die Bibeln abschreiben. Warum denn auch? Das ist nicht mehr nötig. Es wird vielleicht nicht mehr die Art von Journalismus geben, die wir erlebt haben, die ich noch gelernt habe. Es wird Rechtsanwälte geben, die ganz anders arbeiten müssen. Richter, Krankenhäuser, Ärzte, alle werden anders arbeiten müssen. Wir sind damit konfrontiert, dass die technologische Entwicklung da ist und ähnlich wie die Industrialisierung fordert sie natürlich einerseits Opfer, andererseits aber auch immer dann Opfer von den Menschen, die sich vielleicht auch selbst so Opfer machen, weil sie sich dauernd erzählen, dass es nicht anders geht. Und das ist, glaube ich, unser größtes Problem. Ja, Gewohnheiten, da sind wir wieder. Ich kann mich daran erinnern, dass meine Mutter mal irgendwann gesagt hatte, weil ich sagte, kauft doch mal ein Smartphone, wo die rauskam und gesagt hat, ein Smartphone, Telefon ohne Tasten. Ja, das war ein, zwei Jahre später hatte sie selber ein. Das ist halt so interessant, wir haben das immer. Ja, also die, soweit ich mich daran erinnern kann, die können mich gerne korrigieren, die Person, die sagte, wir müssen, also es war ein Astronaut, glaube ich, oder irgendwas in diese Richtung, wir müssen zum Mond fliegen oder bevor es überhaupt in die Richtung ging, hieß es ja, ja, lass uns zum Mond fliegen, die wurde eingewiesen. Ja, oder auch Telefon, das erste Telefon durch ein Kabel, wo man auch sonst, ja, übrigens, ja, meine Stimme kommt doch niemals da drüben an, das war viel zu weit weg. Wieso soll das denn gehen? Ja, das, ständig kommen wir an unsere Grenzen und das ist die breite Masse, die meistens auch sagen, ja, das ist doch Quatsch, das ist doch Blödsinn, das sollte man sowieso nicht machen. Würde die breite Masse oder würden die einzelnen Erfinder, Entwickler, Wissenschaftler auf die breite Masse hören, würden wir nirgends wo ankommen, meiner Meinung nach. Ja, und deswegen, ja, ja, das ist der menschliche Geist, ist ja so, es gibt ja diese Theorie der Early Adopters und dann der Lagards, der Nachzügler und so weiter, diese Kurve kennt ihr alle. Und das ist genau der Punkt, das heißt, immer wenn du etwas Neues, dann wird es normalerweise, weil das menschliche Gehirn ist ja so ein wunderbarer Energiesparautomat, da ist eine Veränderung, kann ich nicht brauchen, weil ich muss meine Energie sparen, könnte der Seelenzahntiger gleich ausspringen. Also bin ich lieber faul und lege mich erstmal zurück. Das ist das, was dauernd passiert. Und anerkenne doch mal, dass du eine faule Socke bist. Erstens, ja wunderbar, dann anerkenne als nächstes, dass du dich nicht verurteilen musst dafür. Und zweitens, dann überleg doch mal, gerade weil du vielleicht eine faule Socke bist, könntest du ja mal darüber nachdenken, vielleicht mal die Technologie so zu nutzen, dass sie dir auch wirklich nutzt. Dazu musst du aber Muße haben und einen Moment dir Zeit nehmen. Das ist die Schwierigkeit. Wenn ich immer nur gehetzt bin und sage, ich muss so arbeiten, ich bin so gehetzt, ich bin so gehetzt jeden Tag, dann bin ich in dem Modus, dass ich denke, ich bin das Opfer, ich bin dem ausgeliefert, ich habe überhaupt keine Handlungsfreiheit und übrigens, Josefine hat gesagt, keine Selbstwirksamkeit. Das ist Kacke, das entmächtigt Menschen und das liefert auch kein hohes Selbstwertgefühl. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, dass du dir klar machst, du bist und du hast einen Selbstwert in dir, egal was du machst oder ob du nur da liegst und atmest. Du hast einen Selbstwert als Mensch. Ob du als derjenige deine Leistung und dein Wissen mitbringt, das andere voranbringt, das ist eine andere Frage. Da darfst du dich schon immer fragen, auch beruflich, was kann ich denn selber tun, um mich selber weiterzubilden und zwar ein Leben lang und nicht mich hinzusetzen und sagen, ich habe jetzt die Ausbildung und da habe ich jetzt einen Job und dann bin ich vielleicht beim Konzern und dann schmeißt der mich mit 50 Jahren raus und dann ist mein Lebenswerk finito. Das darf es, glaube ich, nicht sein. Also ich habe diese Lektion ja sehr früh lernen dürfen, als ich bei Sata 1 mal mit sechsfacher Kündigung rausgeflogen bin. Das war echt ein Kick in den Arsch und in dem Moment fragst du dich natürlich schon, was mit deinem Selbstwert los ist und ob du noch was beizutragen hast für die Gesellschaft. Es ist aber eine blöde Frage, weil du immer was tun kannst. Also wenn du am Boden bist, kannst du immer noch den Boden wischen, aber dazu brauchst du natürlich das Bewusstsein, dass du sagst, hey, ändere was für dich. Ja, das ist sehr schön. Sehr schön. Also das finde ich spannend. Letztendlich hast du jetzt gerade so mehr oder weniger das Ende so eingeleitet, weil ich mir noch fragen wollte, wie würdet ihr jetzt noch mal rangehen an die Zukunft des Ganzen? Wie kann man den Umgang für sich nehmen und sagen, okay, damit würde ich so und so umgehen? Also das wäre so auch meine Frage. Zum Schluss, wenn du das noch ergänzen willst, Detlef, dann kannst du es gerne gleich nochmal machen. Aber ich fand es sehr, sehr ausführlich, sehr differenziert hat auch und es ist immer noch die Eigenverantwortung, dass wir sagen, gut, wie will ich wirklich damit umgehen? Meckern ist immer einfacher, verneinen oder wie auch immer, das ist blöd, das ist teuer, das ist zu weit weg, das ist zu günstig, das ist zu heiß, zu kalt, ist immer einfacher. Wir brauchen Geduld, dann will wir sie nicht haben zum Beispiel und das ist so auch, wie du sagst, ja, ich bin eine faule Socke, ja, ich bin gerade ein bisschen zornig oder was auch immer, ja, ich bin traurig. Dass man das anerkennt, dass man das annimmt, ist schon relevant und da gehen aber die meisten, also, viele gehen nicht dorthin, viele, die dort sind, bleiben dort nicht kurz stehen und reflektieren das Ganze mal. Das ist also, ja, ja, ich weiß, ich bin eine Follower, sage ich auf jeden Fall und dem Moment, stopp, deswegen würde ich von euch gerne im Einzelnen mal, weil ich glaube, ich alle unterschiedliche Meinung dazu habe oder ähnliche vielleicht auch, wie relevant im Kontext zu menschlichen Gewohnheiten und der AI jetzt von heute in der Zukunft gesehen, ist das Thema das eigene Tempo finden. Das ist auch nochmal ein Thema, ja, ich bin, ja, ich muss das Chat-GPT nutzen, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt noch sechs Stunden Chat-GPT machen. Ich meine, wir wollen auch Zeit sparen und das spart ja uns auch Zeit oder auch als Projektmanager ganz viel Chat-GPT zu benutzen. Wie relevant seht ihr das Pharma und Josephine an? Ist das eigene Tempo wirklich zu finden? Es gibt diverse Branchen, aber einfach für den Menschen. Wie relevant siehst du das? Naja, all das, was wir gerade besprochen haben, kann ja nur funktionieren, wenn ich in einer hohen Selbstreflexion erstelle. Also ich kann ja nur offen sein für verschiedene Perspektiven, die ich im Leben annehme, wenn ich überhaupt erstmal ein Betrug zu mir selber habe. Ich kann im Außen eine gewisse Kommunikation an meinen Fragen stellen, sei es jetzt an einen Menschen oder an Chat-GPT, wenn ich für mich eine gewisse Reflexion habe. Und wenn ich diese Reflexion erlangen will, dann brauche ich Zeit. So, das heißt, jeder Mensch, jedes menschliche Gehirn arbeitet in einem unterschiedlichen Tempo. Manche Menschen sind eher im Außen, manche brauchen abends ihre Zeit, manche morgens ihre Zeit mehr erholt. Das heißt, jeder Mensch hat ja auch eine unterschiedliche Erholungsform, in der das Gehirn erstmal verarbeiten kann. Und sich dieses Tempo wiederum selber bewusst zu nehmen, das heißt, in unserem Fall, in dem wir heute leben, ganz bewusst rauszunehmen, abzugrenzen, zu sagen, ich darf mir jetzt auch meine Zeit nehmen, in der ich mal nicht erreichbar bin, um überhaupt das Ganze erstmal nachzuverarbeiten. Das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor und den erlebe ich auch im alltäglichen Geschäft da draußen, den die Menschen erstmal lernen dürfen, bevor sie dann in den nächsten Schritt gehen, zu sagen, okay, und wie kann ich jetzt AI etc. pp. für mich strukturiert, sinnvoll nutzen. Das heißt, ich brauche erstmal einen Zugang zu mir selbst. Ich muss erstmal überhaupt verstehen, wie funktioniere ich denn als Mensch, weil ich glaube, auch viele Aspekte, die wir hier heute besprochen haben, sind für unseren Bereich vielleicht selbstverständlich oder auch im Wissen erstmal klar. Für viele aber nicht. Und dann wieder ein nächster Punkt und noch größerer Punkt, inwiefern setze ich es dann auch für mich selber um? Ja, das heißt, da wirklich bewusst zu gucken, okay, was ist denn mein Tempo, das erstmal rauszufinden und dann auch zu schauen, wie geht das denn in meinem Alter? Ja, und nicht zu sagen, ja, aber das geht nicht und hier ist noch das und da ist noch das und der erwartet das auch, sondern zu sagen, nein, ich kann meine eigenen Grenzen stecken und ich muss sie sogar stecken, um in dem Tempo, das wir hier großwirtschaftlich haben, mitzukommen, mitzuhalten und eben auch gesund da durchzugehen und nicht, ja, das ist dann die andere Seite meiner Arbeit, klinisch zu sagen, okay, geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, sei es Burnout, Depression, Ängste, etc., wie die auch gerade rasant steigen. Und ich glaube, das ist der aller, allerwichtigste Faktor, an dem wir jetzt in unserer heutigen Zeit erstmal ansetzen. Sehr schön, Dankeschön, ja, da klingeln einiges in meinem Kopf und ich bedenke auch bei den Zuschauern bestimmt auch, wir haben alle unsere Gewohnheiten und übersehen Dinge halt auch. Dirk, wie wichtig ist für dich das eigene Tempo, einen Kontext als AI und Menschheitsgewohnheiten ohne auch Thema Datenschutz im Sinne von, ja, ich mache einfach mal, weil Datenschutz habe ich keine Ahnung, wenn ich was, ja, was Illegales mache, und wenn ich was mache, was ich nicht machen darf, dann werde ich schon irgendwann informiert, weil meine App schützt mich, weil die App müsste das ja Ganze geregelt haben, wie Thema Verantwortung in Bezug auf Datenschutz und AI und das eigene Tempo, also wie siehst du das da? Also ich sehe das eigentlich ganz entspannt, weil, also das Thema war auch schon vor AI oder vor KI bei vielen Unternehmern auch schon sehr entspannt, und nicht unbedingt das Thema Nummer 1. Genau. Also ich sage mal so, also aufwachen tut man immer dann, wenn Beschwerden reinkommen und wir hatten ja vorhin das Thema so ein Chatbot, wenn ich die natürlich für Gesundheitsdaten nehme, also wenn wir mal psychologische Probleme sind Gesundheitsdaten, dann muss ich natürlich mich damit beschäftigen und ich mache es halt auch sowieso beruflich und berate ja auch dazu und ich kann es halt nur jedem empfehlen, sich da auch mit auseinanderzusetzen, wo muss ich jetzt hier Grenzen ziehen, wo bleiben diese Daten, also werden sie vielleicht irgendwann einer anderen Person offengelegt oder werden sie direkt gelöscht oder werden sie direkt anonymisiert, also das sind ja so Fragen, die man sich am Anfang eines solchen Prozesses stellen muss und dahingehend ist natürlich auch meine Bemühung, aber ich werde jetzt nicht jeden Tag 22 Stunden mich mit KI beschäftigen, um möglichst viele Beratungsgespräche führen zu können. Ich nutze es halt selber, ja, und ich begleite das natürlich auch, aber ich mache mir jetzt auch keinen Stress damit, also es ist ein neuer Aspekt, der jetzt mal einfließt, aber wir haben noch keine wirkliche Rechtsprechung in Deutschland, also wir haben eine Empfehlung, aber im Moment sind wir eigentlich in so einer, ich sage mal, Grauzunge, auch wenn das ein blödes Wort ist, aber seit einem Jahr kokeln alle mit KI rum und ChatGBT und jeder nutzt es irgendwie, aber es gibt noch nicht so wirklich einen Plan und der wird aber kommen und das haben wir im Datenschutz vorher schon gehabt, also 2018 ist die DSGVO eingeführt worden und wir haben jetzt im Mai sind es sechs Jahre später, glaube ich, und es gibt immer auch genug Leute, die es nicht umsetzen. Also in Bayern haben sie jetzt gerade einen Testlauf gemacht und innerhalb einer Woche 350 Webseiten offengelegt und 15 Apps, die alle gegen diesen Cookie-Banner verstoßen oder den Cookie-Banner nicht einbehalten. Also wir haben immer noch ganz viel zu tun in dem Bereich und die Einstellung dazu, die ist einfach noch eine andere und die wird sich auch mit KI nicht grundlegend ändern. Also ich glaube nicht, dass die Leute oder die Menschheit durch KI auf einmal Datenschutz konform wird. Also es ist ein Prozess, der noch einfach dauern wird. Ja, also da finde ich einen Punkt, das ist spannend, ich will jetzt kein neues Fass aufmachen, aber ein Freund von mir wohnt in Chicago, also ein Deutscher, kommt aus Deutschland, was in Würzburg glaube ich, wohnt in Chicago seit sechs Jahren ungefähr. Der ist im Marketing-Bereich unterwegs, selbstständig mit der Agentur und ich telefoniere immer wieder so ein, zwei Mal im Monat mit ihm so Video-Chat und immer wenn ich dann auflege, denke ich mir, ich muss hier weg, ich muss hier aus Deutschland weg, das ist so ernüchternd und auch demotivierend, wenn ich sehe, was die alles machen dürfen, was sie alles machen können. Ich befürworte nicht alles, was die Amerikaner so drüben machen, bei weitem nicht. Ich befürworte aber auch nicht, was die Deutschen hier machen. Ich habe immer das Gefühl, selbst bei belanglosen Sachen wie Kinofilme sind wir immer die Letzten, wo was ankommt. Also egal, was es ist, wir sind immer irgendwie die Letzten, weil wir immer, das alles regulieren müssen, das regulierte muss geprüft werden, das ist der Prüfer, der das prüfte, muss geprüft werden und so weiter. Das geht, das hat irgendwie eine Never-Ending-Story, DIGSVO. Ich denke mir, warum knebeln wir uns so selbst? Sind wir gefährdet, wenn wir das ein bisschen lockerer sehen? Also, das ist jetzt wirklich ein Fass, was ich wahrscheinlich aufmache, aber ich denke mir, es kann doch nicht so sein, aber dernoch sehe ich da Menschen auf der Straße, die einen, weiß ich, ich habe letztens einen gesehen, ich springe jetzt gerade ein bisschen, aber zieht jemand einen vom Fahrrad runter, weil der ihm einen halben Meter zu nah dran ist. Das war nicht in der Corona-Phase, das war auch nicht vor der Corona, also nicht nach der Corona-Phase, sondern lange davor. Und ich denke mir, das hat er gemacht, weil er dachte, er wäre im Recht. Recht. Es ist aber ein Mensch. Ich ziehe doch keinen Menschen vom Fahrrad, weil ich Recht habe. Ja, also doch, doch, doch. Manchmal muss man sich ja vom Fahrrad ziehen, wenn er so, bitte ich finde, gerade die Kalinske da durch die Gegend, die Polizei darf, zum Beispiel runterziehen. Aber wir hätten noch ein paar Menschen. Der ist an die Kreuzung herangerollt und es stehen geblieben. Und ich denke mir, jetzt ist nicht dein Ernst. Und davon gibt es ja unendlich viele Menschen, die so sind. Ob es eine Bahn ist, auf der Straße oder so. Ja, also du hast da völlig recht, Patrick. Natürlich ist es ein Verhalten, das überhaupt nicht tolerabel ist. Es ist aber auch mit Sanktionen belegt. Also prinzipiell, Menschen handeln ja ganz oft in Angst. Kriege werden geführt in Angst, ganz oft. Und mit Angst lässt sich gut steuern. Das ist ja das Tolle in unserem System ist, wir können Menschen manipulieren mit Angst die ganze Zeit. Und wir können die ganze den Fokus darauf richten und alle bleiben in der Stare. Corona ist ein super Beispiel dafür. Aber da will ich jetzt nicht hin, sondern ich will einfach einen anderen Gedanken mit reinbringen. Der heißt, es gibt halt in den meisten Firmen auch drei Arten von Menschen. Es gibt die Bewahrer, die Macher und die Vordenker. Und wenn der Direkt auf den Datenschutz achtet, dann adressiert er vor allem den Bewahrerimpuls in Unternehmen. Und es sind alle drei übrigens notwendig, auch in Unternehmen, damit sie einigermaßen funktionieren, weil die Bewahrer halt diejenigen sind, die oft auf die Qualitätsmaßnahme beachten. Wir Deutschen sind dafür bekannt, aus der Vergangenheit zumindest, dass wir sehr, sehr, sehr genau prüfen. Das hat auch was mit unserer Historie zu tun, weil die Bundesländer untereinander immer in extremer Konkurrenz standen. Das ist der Grund, weshalb wir heute etwas genauer sind. Das schätzt die Welt auch an uns nach wie vor bis heute. Insofern bist du vielleicht auch eher ein Macher, dann machst du einfach. Der Martin zum Beispiel sagt, er nutzt es natürlich für die Arbeiten ganz konsequent und ich auch und du auch, Patrick, weil wir sagen, das hilft ja schon mal, wir erleben beim Machen, dass da was Tolles passiert. Wir haben ja keine Zeit, darüber nachzudenken, wo geht es hin manchmal. Und dann brauchst du die Vordenker, die den Blick noch weiter richten. Und wenn du mit dem Leitwolf-Bewusstsein unterwegs bist, dann sind wir bei dem Leitwolf-Dreieck. Josephine hat ja so wunderbare Dreiecks. Vorherrige, dann fällt mir das immer ein, das Leitwolf-Bewusstsein. Dann bist du in der Lage, mit allen dreien zu sprechen und darüber zu schweben und dich einzustellen auf die jeweiligen Belange. Und das, wenn wir uns das klar machen, dass wir das können und lernen können. Ja, es sind klare Gewohnheiten. Und der Standard-Mensch reagiert ja auch eher, als dass er handelt, also nicht überlegt handelt. Ich finde es halt spannend, weil wir, ich habe immer das Gefühl, dass Deutschland einfach ständig hinterher hängt, weil wir einfach mal alles totregulieren müssen. Das können wir jetzt auch nicht lösen, heute sowieso nicht. Auch AI, das werden wir heute auch nicht lösen. Danach würde ich mit Martin jetzt einfach mal weitermachen. Wie siehst du die Möglichkeit in Bezug auf das eigene Tempo finden? Also ist das, Dirk hat schon gesagt, ich werde jetzt nicht 22 Stunden am Tag oder viele, viele Stunden am Tag mich damit beschäftigen. Ich bin ein Mensch, ich will leben. Ich will in die Natur, ich will mit Menschen mich austauschen. Ich will innerlich wachsen und Freude am Leben haben und nicht ständig alles digitalisiert vor meiner, ihres haben. Wie siehst du das? Hast du dein eigenes Tempo gefunden und was kannst du als Ratschlag mitgeben? Ratschlag? Also das eigene Tempo zu finden, fände ich deswegen relevant, um es sich einzugestehen. Wenn ich jetzt Schwierigkeiten habe, da mitzuhalten, mit diesem Technologie-Umschwung oder mit natürlichen Intelligenz, mit meinen Emotionswelten. Angst ist ja immer ein Signalgeber, dass da was nicht passt, nichts. Und dann muss ich mir das eben eingestehen und entweder ich investiere etwas mehr Zeit dafür, mir ein gutes Weltbild davon zu machen und das in mein Leben so zu integrieren, wie es für mich passt. Oder ich gestehe mir halt ein, geht nicht so schnell, ich halte mich zurück und muss halt dann aber die Konsequenzen tragen, dass ich ja nicht mit agiere in dieser Entwicklung. Und Konsequenzen müssen ja nicht immer gleich hart sein. Also ich finde, das Wort klingt manchmal so ein bisschen heftig, als wenn man gleich was Heftiges um die Ecke kommt, das kann ja was auch in kleineren sein. Genau. Der berühmte Finger. Dieter, wie findest du das oder was hast du dazu zu sagen zum Thema eigenes Tempo finden in Bezug auf AI und das, was noch auf uns zukommen könnte? Absolut, absolut. Josephine, Martin haben es angesprochen, Dirk hat es angesprochen. Es gibt AI, Punkt. Es gibt dich, Punkt. Und du darfst leben. Du darfst dein Leben genießen und das Tolle ist, du darfst es auch nutzen und zwar zu Kosten, die so niedrig sind. Vor ein paar Jahren hättest du für so ein Smartphone einfach einen Übwagen gebraucht, der eine Million gekostet hat, um überhaupt eine Live-Übertragung zu machen. Du kannst heute sowas wie dieses, was wir gerade mal an Riverside nutzen, um ins Gespräch zu kommen, ein Gespräch aufzuzeichnen, das bereitzustellen und dann auch auszuwerten, hinterher, wie viel haben es angeklickt, etc., etc. Das heißt nochmal, die Technologie ist so wahnsinnig schnell und hat die entwickelt. Ja, das ist für den einen beängstigt. Nun, wenn das der Fall ist, dass es dich beängstigt, dann gehör da rein und nimm dir die Zeit, wie das der Martin so schön gesagt hat, nimm dir die Zeit zu gucken, was ist bei dir los? Also, was ist mit deinem Selbstwert, was ist mit deinem Lebenswert, was ist mit deinem Wissenswert und wenn du zu der Prüfung kommst, dass du das Gefühl hast, dass du vielleicht nicht genügend sein solltest, dann lass dir etwas sagen, das ist totaler Quatsch. Das kann schon sein, dass du etwas nicht kannst. Dann mach doch einfach eine Klammer und schreib da noch hin und mach die Klammer wieder zu. Ich kann es noch nicht. Das ist in Ordnung. Gib dir ein bisschen Zeit und ja, der eine braucht länger, der andere ganz schneller. Ich bin auch kein Arzt, ich bin kein Chirurg, ich bin kein IT-Experte, ich bin auch kein Datenschützer. Ich brauche andere Menschen, die die Erfahrung haben und zwar mit ihrem Erfahrungswissen auch was mitgeben können, was unbewusste Kompetenz ist bei ihnen. Bei mir ist es Charisma, Wortmacht, Moderation, diese drei, die lebe ich halt einfach, weil ich das inzwischen weiß, aber es hat ziemlich lange gedauert, um da hinzukommen. Ich meine, ich bin jetzt 62, werde ich in diesem Jahr. Das ist halt eine Strecke. Das heißt, gib dir Zeit und dann genieß das Leben heute und mach das Beste aus diesem Tag und nimm was mit. Im Sinne von, es gibt tolle Sachen, tolle Apps. Informier dich, frage andere Menschen, vernetz dich auf LinkedIn, so wie der Patrick es gemacht hat. Wir beide haben uns ja nur kennengelernt, weil wir in einem LinkedIn-Audio zusammen waren und das finde ich total klasse, dass wir heute so ein Gespräch haben. Danke. Ja, ja, man weiß nicht, was um die Ecke kommt. Also man, auch Martin oder Dirk oder Josephine, wir sind alle über LinkedIn zusammengekommen. Es ist eine einzige Plattform, wo so viele gradiose Menschen sind und man weiß nie, was kommt. Also ich habe, ich habe bei LinkedIn beispielsweise lachen, staunen dürfen, kopfschütteln, sage ich, das war ich auch schon da mit lachen. Ich habe mit meiner Frau zum Beispiel auch, ach, Flash ist ein bisschen übertrieben, aber wir schreiben die Menschen ja an sich generell relativ gleich an, ähnlich, kein Copy-Paste, aber schon sehr ähnlich und dennoch sind die Reaktionen so dermaßen unterschiedlich, manchmal. Also hast du so ein Grundrauschen von Reaktionen oder so, eine fliegt dann komplett raus, weil, ich bringe dir mal ein Beispiel, ich hatte das Wort Erstgespräch, Infogespräch gehabt, genutzt, für ein Infogespräch, aber wir wollen gucken, dass die Menschen auch sprechen können, wie interessant sind sie, kommen auf einen Nenner, also wie so ein Forecast, so einfach gucken, match das, damit wir das aufnehmen können und da hieß es dann, ja, können wir auf jeden Fall machen, bis ich dann das Wort Infogespräch gebracht hatte, dann hieß es dann, nee, ich bin raus, wo ich denke, hä, okay, was ist passiert? Ja, du hast Infogespräch gesagt, also willst du mir was verkaufen? Ich denke, hä, okay, wie kommst du jetzt da drauf? Und, ja, genau, gleich Abwehrhaltung und ich habe gesagt, okay, dann habe ich gedacht, okay, nehme ich mal das, was jetzt da ist, nicht, dass ich denke, gehe ich da anders mal richtig, dass du aufgrund des Wortes Infogespräch kein Interesse mehr an ein Interview hast? Und sie, ähm, weiß ich nicht. Ich denke mir, okay, was bedeutet das jetzt? Ist das eine Zusage für ein Infogespräch oder nicht? Ich möchte erst mal wissen, ob du mal was verkaufen willst, denk. Genau, habe ich gesagt, ich kann dich ein Stück weit verstehen, ähm, nein, ich verkaufe dir nichts, ja, auch nicht im Nachhinein, Aftersale, ähm, ich würde gerne wissen, wie du darauf kommst, weil mich würde das, mir würde das helfen, für die zukünftigen, äh, ja, verbalen Austausch und Kommunikation. Er sagte, ja, normalerweise die Leute, die es immer zu mir gesagt haben, verkauf mir etwas. Okay, da weiß ich Bescheid, Dankeschön, ja, lass uns in den nächsten Step gehen, so abgehakt. Die nächste Person, da musste ich ein bisschen lachen, ähm, war, also nicht wegen der Person, sondern wegen dem Text, wegen dem Inhalt, hieß es halt, ähm, ich hatte Interesse an deinem Interview, habe ich jetzt nicht mehr, liebe Grüße, blaue Schmetterling, bitte, hä? Okay, blaue Schmetterling, alles klar, blaue Schmetterling, heißt Absage, gut, ähm, oder nicht mehr durch die Wohnung, haben rumgealbert, blaue Schmetterling, ne, weil ich das nicht will, ne, so, ähm, es ist interessant, wie Menschen sind, irgendwo sind wir alle gleich, in vielen Bereichen, und irgendwo sind wir so heftig unterschiedlich, aufgrund von Verletzungen, von irgendwelchen anderen Prägungen, und ich finde, deswegen passt es ganz gut, wenn wir nicht immer alles persönlich nehmen, äh, sondern erstmal hinterher Fragen, wie es wirklich gemeint war, weil man denkt dann immer ganz schnell, ach, warum redest du so mit mir, okay, wie habe ich denn mit dir geredet, anstatt das zu fragen vielleicht, ähm, eine andere Frage stellen, die differenzierter ist, ja, einfach, dass man andere Infos bekommt, und dann weiß man, aha, okay, das liegt nicht an mir, sondern, woran auch immer, und das mit AI zu verknüpfen, finde ich schon relevant, einfach zu sagen, gut, was will ich eigentlich wissen, wie komme ich da normalerweise ran, welche Fragen müsste ich stellen, welche Antwort würde ich theoretisch kriegen, und wenn ich diese Frage stelle, äh, machen wir ein Split-Testing, ja, einfach mal, okay, selber prompt, mit zwei Wörtern werden ausgetauscht, welches Ergebnis bekomme ich, so, und für diese Fragen, die ich Chat-Tippity stelle, stelle ich mal einem Mensch, gucken, wie der reagiert, das ist einfach so, so ein Punkt, wo ich denke, da können wir auf jeden Fall viel von lernen, ich bin mega dankbar, für die ganzen Eindrücke von, von euch, Detlef Martin, Josephine, super klasse, ähm, auch immer wieder beeindruckend, Detlef, deine Art und Weise, wie du drauf bist, also deine ganze Erfahrung, man merkt richtig, ja, Redakteur, und du bist auch immer auf dem Punkt, finde ich richtig klasse, und, ähm, das, wofür ich am meisten Danke sage, ist nicht nur der Input, sondern eure Zeit, danke, dass ihr die Zeit euch genommen habt, weil ich weiß, ihr habt super viel zu tun, und ihr kommt nicht aus Langeweile hierher, ähm, und für die Zuschauer auch, die drangeblieben sind, oder dass sie in den Tappen vielleicht geguckt haben, Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid, euch die Zeit genommen habt, wenn ihr Fragen habt, zu Detlef Martin, Josephine, Dirk, und, äh, und den ganzen Plattformen von den Personen, sind die Links alle mit drin, ja, also, ihr könnt jede Person kontaktieren, wenn ihr sagt, wow, Detlef knallender Typ, äh, muss ich sofort anschreiben, mach er reich, zack, rein da, Martin genauso, Josephine genauso, und Dirk genauso, also wirklich aktiv werden, reingehen, kommentiert gerne, like gerne, folgt uns, und, das letzte Wort, geht an euch alle, Detlef, Martin, Josephine, Dirk, wenn ihr was zu sagen habt, dann könnt ihr gerne noch am Ende was sagen, ich sage schon mal, Dankeschön. Ja, ich kann einfach immer nur sagen, wenn du spürst, wie wir es gerade ja auch schon gemerkt haben, dass sie ja irgendwelche Ängste bei dem ganzen Thema AI beschäftigen, oder du merkst, Mensch, ich kann das gerade alleine nicht greifen, dann hab einfach keine Scheu davor, dich nicht nur alleine mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern einfach Menschen an deine Seite zu holen, die dich da drum unterstützen können, bei welcher Thematik, wo auch gerade da zu dem Thema immer haaks, seien es wirtschaftliche Aspekte, weil du irgendwie CEO bist, sei es Richtung Führungskraft oder Mitarbeiter, wenn du merkst, irgendwo haaks, schau einfach, welche Menschen können dir an deiner Seite da helfen, die vielleicht in der Durchschnitts schon durchgegangen sind, oder die einfach tagtäglich mit diesen Themen arbeiten, und ja, dann beschäftige dich damit, anstatt einfach in die Vermeidung zu gehen. Dafür kann ich dich einfach immer, immer wieder nur ermutigen. Sehr schön, danke, Detlef, Martin, Dirk. Ja, auf keinen Fall, keine Vermeidung, ich bin auch dafür, reflektieren, niederschreiben, und sich mit sich selbst, das mal aus einer anderen Perspektive anschauen, und eventuell, wenn man niemanden hat zu reden, tatsächlich mal die KI fragen, wie man damit umgehen kann. Ja, schön. Datenschutzbeauftragter Dirk Molson, haben Sie etwas zu sagen? Da würde ich mich eigentlich nur anschließen können, also es ist ja schon alles gesagt worden, also das tägliche oder das übliche, sagen wir mal, sich damit auseinanderzusetzen, wie geht die Entwicklung weiter, wo geht sie jetzt hin, und was ist für mich drin, also wo kann ich den Nutzen daraus ziehen, um es vielleicht nicht aus den Augen zu verlieren, also dass man sich dem Ganzen, sag ich mal, nicht total unterwirft, sondern dass man auch wach bleibt, und seine Informationen auch quer, nochmal woanders herholt. Das wäre so das, wie ich damit umgehen möchte. Ja, schön. Der darf hast du noch ein letztes Wort. Ja, bist du geführt, oder führst du? Und wenn du führst, wie sieht es aus mit deiner Selbstführung? Die darf immer besser werden, gerade wenn du Verantwortung hast für Menschen, die nicht so weit sind wie du, und für sie besser, für dich aber zuerst besser. Und vielleicht ist ja ein Punkt für dich, dass du an deinem Buch, deiner Bühne, deiner Botschaft arbeitest, um Menschen besser in die Zukunft führen zu können. Und wenn du das tust, dann bist du vielleicht im Macherreich, oder du bist bei dir, aber sprich uns einfach an. Danke, dass ich diese Plattform hatte, um mit euch in den Austausch zu kommen. Ich finde es extrem stark, was du auf die Beine gestellt hast, Patrick. Dankeschön, so vielen wie die Impulse, und Martin und Dirk. Super, klasse. Bin happy. Dankeschön für die Blumenleter. Und auch danke an alle anderen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.